Da sind wir wieder, live aus Heidelberg City, live von Herrn Fabel, Backcast-Ausgabe 191, mit dabei unser Host Bert! Herzlich Willkommen! Unser Gastgeber Rico! Hi! Unser Host-Gesuologe Marian! Hallo! Und wir sagen alle, Hallo Heidi! Yeah! Come on! Yeah! Das ist geil hier zu sein! Wow! Was es für eine Energie hat, wenn man sich mal trifft, oder? So ist es, so ist es. Also für alle, die es nicht gemerkt haben, das hier ist der Badcast. Wir sind hier in der Ausgabe 191 und wollen mal wieder über News sprechen. Und dafür haben wir uns eingefunden, hier in Heidelberg, im wunderschönen Heidelberg. Wir sind's bei RTL Plus. Aber er gewinnt keiner die Million. Leider nicht. Aber er weiß. Ja, jetzt bin ich ein bisschen außer Atem, muss ich sagen. Wir haben auch sehr getanzt. Sehr getanzt. Wir haben nicht nur getanzt, wir haben ein volles Programm gehabt jetzt eigentlich hier das Wochenende in Heidelberg. Rico hat uns wieder mal eingeladen, hierher zu kommen, um uns mal wieder in die Augen zu sehen. Wer nicht hier ist, hat keine Einladung bekommen. So sieht's aus. Und wir haben uns dann gedacht, hey, es ist auch noch New York Comic Con. Da sprudeln ja ein paar News ein. Und ja, wir haben auch schon länger nicht mehr über News gesprochen. Um genau zu sein, im Juni haben wir das letzte Mal über News gesprochen. Ist jetzt auch wieder eine Zeit her. Aber Ausgabe 182. Was, glaube ich, somit am relevantesten war, ist der Start von Joker Fully. Adieu. Danke, den wir auch inzwischen gesehen haben, aber besprochen wird er, oder die Ausgabe geht raus zu einem anderen Zeitpunkt, zu einem angemessenen. Erstmal können wir mal drüber sprechen, der läuft ja auch schon, ja nicht so lang eigentlich, der läuft seit dem 4. Oktober in den USA und jetzt heißt es, am 29. Oktober soll er dort auch schon digital erscheinen. Grund dafür ist, dass er nicht so erfolgreich läuft, im Vergleich auch zum Vorgänger und auch so generell unter den Erwartungen. So, am heutigen Sonntag ist es so, dass 191 Millionen weltweit auf dem Konto stehen. Ich glaube, da waren wir beim ersten Teil schon, weiß ich nicht, waren wir schon bei 400 Millionen. Also auf jeden Fall, es war auf jeden Fall erheblich mehr. Die Bewertungen waren ja jetzt auch nicht so prickelnd. 33 Prozent bei Rotten Tomatoes und in Deutschland steht er jetzt bei 599.525 Zuschauern. Vier davon waren wir. Jawohl. Genau. Genau. Und wie gesagt, wir haben die Besprechung auch schon aufgenommen, die ich voll empfehlen kann. Wir sind irgendwie anders rein, anders raus und am nächsten Tag nochmal ganz anders aufgewacht. Ja, das ist sehr schön zusammengefasst. Das ist wahrscheinlich eine der besten Ausgaben, die wir je gemacht haben. Und vielleicht besprechen wir in dem Cast sogar, dass das der beste Film ist, der überhaupt mit DC zu tun hat. Irgendwas davon war zynisch. Aber wir wissen nicht genau was. Genau. Irgendwas stimmt. Also ich glaube, einer ist weg davon. Ja, exakt. Wir haben so eine ungefähre Idee, was uns da erwarten kann. Ja, und dann ist alles ganz anders gekommen. Ja, also ich würde Ihnen auf jeden Fall tatsächlich empfehlen, anhören. Es könnte überraschend werden. Ja. Also ein Podcast, nicht ein Film. Und die Ausgabe dazu, ja, es wird sich halt jetzt rentieren, die rauszubringen, wenn der Film dann auch für alle verfügbar ist. Deswegen, so um den 29. Rumpf, sollte das auch in Deutschland der Fall sein, dass der Film da digital erhältlich ist. Um den Dreh rum kommt dann eben unsere Besprechung zu Joker. Fully. Adieu. So, und dann wollen wir ein bisschen aufräumen mit den News der letzten Monate, über die wir jetzt noch nicht so intensiv gesprochen haben. Dynamic Duo kommt. Und ein, nennen wir es mal, Animationsfilm, wurde angekündigt, auch von, Matt Reeves habe ich schon fast gesagt, von James Gunn, bestätigt. Um was geht es da, Mario? Also Matt Reeves hat ja drin mitgeschrieben. Ach. Gewissermaßen, genau. Und es geht um einen, es geht um das dynamische Duo. Wer ist das dynamische Duo? Bernd und ich. Richtig. Um die geht es aber nicht, oder? Aber es geht auch nicht um das andere dynamische Duo. Um Batman und Robin? Ja. Na, irgendwie schon. Doch. Okay, aber nur am Rand. Also was ist es? Es ist ein Animationsfilm von einem Studio. Was wir gesehen haben, ist so eine Art Testreel, ne? Also, oder wo so ein paar Arbeiten zusammengefasst. Eine Tech-Demo. Eine Tech-Demo. Ja, eine Showreel. Wie hat man das denn, wie nennt man das denn? Stop Motion? Stop Motion tatsächlich. Aber es ist trotzdem auch mit Animierten, mit Animationsfilm versetzt. Und werden trotzdem auch noch Echtfilm, wird auch noch irgendwie verwendet. Also, ja, Swaybox Studios heißen die. Und es sieht zumindest interessant aus. Und worum es da gehen soll, ist, es geht um zwei Robins, Dick Grayson und um Jason Todd. Die sich irgendwie als Waisenkinder wahrscheinlich irgendwie zusammenfinden und dann unter die wahrscheinlich Fittiche von Batman geraten. Und Matt Reeves hat dann mit dran mitgeschrieben. Offensichtlich schon seit letztem Jahr hat er das Skript fertiggestellt. Und wir wissen nicht, also was schon ausgeschlossen ist, ist, dass es im Reeves-Verse stattfindet. Worüber wir jetzt noch nichts wissen und worüber James Gunn sich auch gar nichts rauslocken lässt, ist, ob es zum DCU gehört. Warum wäre es interessant, ob dieser Film zum DCU gehört, Rico? Weil wir dann schon zwei von den drei Robins, oder vier Robins eher, schon mal vorgestellt bekommen hätten. Weil wir wissen ja, es ist ja immerhin noch ein Brave and the Bold Batman-Film angekündigt. Und der sicherlich gerade, wo gerade alles, die Castings müssten gerade sowas von durch die Decke gehen, weil da wird ja gerade alles gemacht für den Film. Ironie. Nicht. Und da wissen wir zumindest, war zumindest die Idee damals, dass es da um die Beziehung, auch um Batman und um Damien Wayne geht. Im Brave and the Bold, genau. Genau, und so hätten wir schon mal so ein bisschen, sag ich mal, nicht nur original, aber wir hätten dann schon mal quasi so einen Blick in das Universum, was damals passiert ist. Und müssten wir dann nicht auch spätestens wissen, wer die verkörpert? Ja. Hat nicht Gunn gesagt, alle Schauspieler, die gecastet werden, sprechen die Rollen dann auch in allen Animationsablegern? Im besten Fall. Im besten Fall. Ja, genau. Möglichst, genau. Ja, genau. Und ich würde es tatsächlich insofern gut finden, dass wir quasi sagen könnten, die beiden Robins werden quasi abgeräumt. Also der Titans-Film ist ja wahrscheinlich einer der Nächsten, die so in Produktion gehen werden, sehr wahrscheinlich. Also die Lantern-Serie beginnt bald, Supergirl wird im Januar gedreht. Und dann käme es so eigentlich der Titans-Film, die Anna Nogurera schreibt den. Und die ist wohl relativ schnell, oft. Und dann hätten wir ja da vielleicht schon einen Robin mit drin. Und das Nächste wäre aber, in diesem Animationsfilm Dynamic Duo soll ja auch Batman vorkommen. Und wenn das zum DCU gehören würde, müssten wir ja eigentlich nicht nur die Robins bekommen, sondern den Batman auch. Glaubt ihr denn, dass es Teil des neuen DCUs wird? Oder klingt das nach so einem Projekt wieder so außerhalb der Suppe? Ich könnte mir vorstellen, dass man sich auf kurz oder lang davon verabschieden möchte, Sachen außerhalb des DCUs zu haben. Und das Reefs-Thing wird man noch mit sich ziehen. Aber jetzt auch gerade, wenn man Jokern so sieht, das ist ja einfach wieder alles nur ganz viel verbrannte Erde. Und nicht, weil das hat nicht mehr unbedingt was großartig mit dem Joker zu tun. Aber wenn du doch die Figuren hast und die Möglichkeit hast, Geschichten erzählen, versuch das doch. Und dann, wenn du schon ein zusammenhängiges Universum bauen willst, das da irgendwie mit einzubauen. Und das kann man ja machen. Ich meine, man kann ja auch, das hat Jan auch gesagt, das muss nicht alles gleich aussehen. Das muss natürlich aber so ein gewisser, wie soll man sagen, so eine, wenn du es machst, dann bauchst du auch direkt mit ein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das unabhängig laufen wird. Weil dann fängst du ja wieder an und dann musst du ja im Prinzip bei jedem Projekt immer wieder erklären, gehörst du dazu, gehörst du nicht dazu. Das versteht am Ende kein Mensch mehr. Oder du musst das Animationsuniversum völlig unabhängig davon aufbauen. Dann muss das irgendwie zusammenhängen. Also ich gehe davon aus, du solltest wahrscheinlich bei der Prämisse bleiben, das gehört dann zu dem Gesamtuniversum, was ja total Sinn ergibt. Wenn du es jetzt startest, kannst du das einfach von vornherein machen. Ich bin bei euch. Zwei Sachen, die dagegen sprechen könnten. Die erste Sache ist, dass Matt Reeves hier direkt mit dran mitgeschrieben hat. Da ist so die Frage, warum muss jetzt das Matt Reeves machen? Ja. Wenn du eine Produktionsfirma übernimmst, das Drehbuch hat Matthew Aldrich geschrieben, der Lightyear und Coco gemacht hat. Die Produktion übernimmt Matt Reeves hier mal etwas, das er selber schreibt, lese ich jetzt hier nicht aus. Er hat daran mitgearbeitet. Okay. Ja. Hieß es. Vielleicht so als Ideengeber? Sicherlich. Ja, kann schon sein. Vielleicht ist es sein, Robin. Deswegen war ja die Frage, ob es vielleicht im Reevesverse quasi mit stattfindet. Das tut es nicht, das ist ausgeschlossen. Aber das ist ja so, bei Caped Crusader hat er auch noch mit dran mitgewirkt. Ich habe halt die Sorge, dass es eine der Altlasten gewesen sein könnte, die man jetzt eben doch noch weiß, was weiß ich, schon vielleicht in Produktion ist oder was auch immer. Würde aber eher dafür sprechen, dass es jetzt ja schon fortgeschritten ist und es jetzt erst richtig in Produktion geht, dass es eben von Gunn abgesegnet ist, tatsächlich. Das zweite ist eben, ich weiß nicht, wann man Batman unterbringen will. Weil jetzt, wo die Penguin so weit vorne steht, ist es natürlich auch so, dass es die ganze Zeit nur um dieses Reevesverse geht und dadurch der Eindruck auch entsteht, so medial, dass neben dem Reeves-Batman kein anderer Batman gerade Platz finden kann. Und dann wäre es natürlich seltsam, da jetzt so einen Batman reinzusetzen, animiert. Kommt drauf an, wann der Film kommt? Ich glaube, wir haben kein Datum genannt bekommen und so Animationsfilme brauchen ja ihre Zeit. Also was ja aber am ehesten feststeht, sind ja die Sprecher, weil die Dialoge ja als erstes gesprochen werden und eingesprochen werden und daraufhin erfolgt ja dann die Animation. Das heißt, eine Besetzung könnte schon recht früh stattfinden. Ob sie kommuniziert wird, ist was anderes. Ob das auch, ihr wisst ja, hier auch bei Cap Crusader haben wir erst ganz am Ende erfahren, wer wen gesprochen hat. Das war ja super geheim. Also dafür, dass da ja auch Leute dranhängen und Produktionsfirmen und sowas und eigentlich eine große IP, haben wir erst kurz vor Start eigentlich den Namen der Macher bekommen. Und wenn sie das hier genauso geheim halten, ja, dann kann der Film in vier, fünf Jahren erst kommen, weil auch diese Animationsfilme recht lange brauchen, bis sie dann auch fertig sind. Hat der Lee Pace denn eine schöne Stimme? Ja. Okay. Zur Einordnung. Das ist so ein Fanwunsch. Hat sogar so einen eigenen Threads-Account, ne? Ja. Lee Pace Batman oder so. Lee Pace Batman, genau. Aber das ist ein einzelner Typ tatsächlich. Der kommt aus... Aber Lee Pace würde ich wirklich... Zwickau. Der kommt aus Zwickau, genau. Ist das dieser Twisters-Hauptdarsteller? Das ist Ronan der Accuser von, oder? Ja. Du meinst Glenn Powell. Ah ja, okay. Glenn Powell war auch lange so mit im Gespräch und ich bin ja immer noch für Ethan Peck. Aber ja. Der hat den Spock gespielt im Strange New Worlds. Ja. Die werden bestimmt bald casten, dann wissen wir mehr. Ja. Phil Lanterns ist ja erstmal gecastet. Mhm. Weil Lee Pace ist... Also vielleicht... Lee Pace ist aber auch schon relativ alt, ne? Der ist 45. Ja, genau. Das ist jetzt nicht mehr der allerjüngste. Das ist so ein bisschen die Frage... Ich bin auch 45. Ja, das stimmt. Mit dir bauen wir aber auch kein 10 Jahre Franchise mehr auf. Warum eigentlich nicht? Beziehungsweise mit dir kann man es auch machen. Weil das Franchise, das wir mit dir aufbauen oder wo wir gerade seit 10 Jahren dran sind, das funktioniert auch in 20 Jahren noch. Lee Pace hat den Franduil gespielt in der Hobbit-Verfilmung. Das ist der Vater von Legolas da. Oder war in... Wie hieß denn gleich diese Serie? Dead, Dead, irgendwas. Da war der Kuchenbäcker. Wo er quasi die Toten vorhersehen konnte. Pushing Daisies. Danke. Das war eine sehr schöne Serie auch. Ja, und er hat eine... Du kennst ihn aus Guardians of the Galaxy. Genau. Okay. Verschwendet. Ja. Ja. Wobei der immer noch den besten Dialog, den Thanos jemals gemacht hat, vorgehoben hat. Ja. Als Rowan, der... Ihr Childish Games bore me. Zumindest gibt es dann die Connection zu Gun schon mal. Absolut. Ja, eben. Genau. Der ist natürlich... Also, die haben schon miteinander gedreht. Und der ist natürlich einer... Der ist eine Erscheinung. Wäre ein guter Bruce Wayne quasi. Aber ich sehe den tatsächlich. Je mehr ich mich damit beschäftige eher als einen guten Gegner eher mal. Wenn überhaupt. Ach ja, das wird er ganz schön machen. Es gab ja die Gerüchte, dass man so einen alten Batman jetzt noch casten will. Aber das hat... Können wir das Wort alt bei 45 bitte rausnehmen? Nein, einen so alten... Kontext, Bernd. Das geht um Kontext hier in dem Fall. Einen so alten... Einen Schauspieler in diesem Alter für die Batman, Carsten. Und das hat Gun debunkt. Allerdings ist von der Formulierung her nicht ganz klar, was damit gemeint ist. Aber eine stattliche Größe, der. Ja, ja, der ist groß. Ist das der hier aus Foundation hier, groß auf dem Bild, auf dem Post? Das ist der Junge, ja. Ach genau, in The Fall hat er noch neben dem Mädchen die Rolle gespielt, ne? Hier, das ist doch hier. Das ist gar nichts. Oh, da habe ich ihn erkannt. Ja, gleich wieder erkannt. Naja, du bist zu alt dafür, ich sag's dir. David Coren's sweat ist auch relativ gut. Und guck mal, der ist kein Lauch auf jeden Fall. Das war ja, glaube ich, auch mal eine Frage. Da wurde Gunn ja auch gefragt, ob er eine noch größere Wonder Woman casten würde. Also eine noch größer als Batman und Superman, größer gewachsene Frau für die Rolle der Amazone. Und er gesagt hat, sowas würde er gar nicht finden. Ja, außer in der WWA. Ja, aber das war ja auch ein bisschen scherzhaft gesagt, ne? Ja, tatsächlich. Da könnte man ja auch mit Winkeln und so spielen und so, ne? Echt? Mit rechtem Winkel. Nee, das, das, ja. John Cruz gefällt das. Man hat ja das Ding, ja genau, oder Robert Downey Jr. Wenn der da, wenn der, also das war ja immer die größte Lachnummer, wenn der irgendwie Auge auf Auge quasi mit Captain America steht, das hat er, das war ja Quatsch. Ja. Ja, also es ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Die meisten, die das sich betrachtet haben mit diesem Dynamic Duo, die fanden das eigentlich recht hübsch. Ich finde es spannend zumindest. Es ist immer die Frage, wen spricht das an? Braucht man das? Oder hat man dann eben, wie gesagt, diese Figur halt gesetzt? Vielleicht kriegst du dann auch, also es kommt, offensichtlich wird auch ein, wird es einen Konflikt zwischen den beiden Robins geben. Das ist jetzt schon angedeutet in der, also zumindest in der Entwicklung in zwei verschiedenen Richtungen. So hättest du beide gleich abgeräumt, vielleicht auch gleich fürs DCU und könntest sagen, ja, kam vor, kann darauf rückbeziehen und wer sich was näher angucken will, kann ja den Animationsfilm sehen. Mir wirkt das recht experimentell, was ich einerseits spannend finde, andererseits halt für den Start dieses Universums, je nachdem wann der Film dann auch kommt, ob dann schon manche andere Sachen dann auch etabliert sind, ist es halt so, nicht gerade so der Film, den ich mir jetzt irgendwie gewünscht hätte, ohne ihn jetzt gesehen zu haben natürlich. Aber die Art der Umsetzung, das erinnert mich halt so ein bisschen an Mary Little Batman, was halt eher so in diese Richtung geht, auch wahrscheinlich von der Tonalität her und so und die Zielgruppe, die es ansprechen soll, vermutlich. Das Wort schicken wir alles. Genau, deswegen immer mit einem Disclaimer, immer mit einem Asterix dran. Und du hast ja gerade selber gesagt, wer weiß, in welchem Zeitrahmen wir das überhaupt präsentiert bekommen, zuvor haben wir auf jeden Fall Superman, zuvor haben wir Supergirl, zuvor haben wir die Lanterns, bis dann der Film tatsächlich fertig ist und dann, da kommt ja noch der Punkt, den Rico und ich ständig beklagen, bitte gebt uns doch was für die jüngeren Zielgruppen, könnt ihr die mal bitte einfach an unsere Franchises gewöhnen. Ja, wir wissen ja noch gar nicht, welche Zielgruppe das hat, oder? Ja, wir wissen ja im Endeffekt noch wirklich wenig bis gar nichts darüber. Na dann. Und lass uns mal gucken, ob das überhaupt erscheint. Wohl an. Wohl an. Wohl an, die Herren. Naja, ob es erscheint, ich glaube, die Frage stellt sich wohl weniger, oder? Ich denke, wenn das hier schon von Gunn abgenäht ist, ist ja auch schon alles am Laufen. Im Gegensatz zu vorher, wo Drehbücher oder Autoren mal draufgesetzt wurden und dann Projekte komplett wieder abgesagt wurden. Lass uns mal warten, bis wir das erste Bewegmaterial dazu sehen. Gunn hat bestätigt, dass es stimmt, diese Ankündigung, aber ob es dann grünes Licht bekommt, ist ja nochmal was für die Produktion, ist ja dann nochmal so eine Extra-Geschichte. Naja. Wohl an. Wohl an. Na gut. Ich bin durch München gefahren, weiß nicht, ob ihr die letzte Zeit auch mal wieder so in den Großstädten unterwegs wart. Da gab es die ein oder andere Werbung und auf einmal sieht man da ein Batman-Logo und ich bin kurz erschrocken und dachte, und ihr wisst es vielleicht auch nicht, vor 13 Jahren ist einer der Arkham-Teile herausgekommen. Ich weiß nur gerade nicht welcher. Vor 13? Ja. Origins. Nee, es müsste... City? Ja, wenn dann City. City war neun. 2009 war City. Origins war zehn oder elf. Na, dann würde es ja passen. Ja. Und so habe ich mich dann auch gefühlt, als ich eben durch die Stadt gefahren bin und dann hier so eine Großfläche gesehen habe, beziehungsweise... Korrektur Arkham City. Ah ja, genau. Ich habe es ja gesagt. Einen City Light gesehen habe, auf dem eben auch dieses Logo prangte und das ist dann Arkham Shadow. Kommen jetzt dann am 22. Oktober raus. Keiner von uns wird es wahrscheinlich testen können. Ich habe es vorhin zu dir gesagt, ich habe geträumt, dass ich mir den Meta-Quest 3 kaufe. Ja. Nämlich nur darauf ist die Spielbar, hier Virtual Reality. Unser Maik hat sich dem ja auch schon angenommen und ich glaube, der ist auch gewillt, sich dafür das Gerät zuzulegen. Wenn man sich die leihen könnte für so ein Wochenende, würde ich... Ja, genau so würde ich... Weil ich habe schon Lust, das auszuprobieren. Das sieht auch schon echt cool aus irgendwie. Ich fand ja auch das Arkham VR cool. Da wurde ich auf der Gamescom, habe ich das ausprobiert. Da war Henning auch dabei auf der Gamescom. Wo er sich nicht anstellen wollte. Da wurde ich kodet. Das war so dumm, sich da anzustellen. Ich hasse Warteschlangen. Das muss ich jetzt so sagen. Da war es gut, um die Gamescom zu gehen. Wir waren da an einem Fachtag da, oder? Ja, genau. Fachbesuchertag. Sonst wäre ich da gar nicht hingegangen. Aber selbst da, das Problem war tatsächlich davon... Ja, meint ihr mir nochmal über alte Männer? Nein, das Problem war wirklich, dass wir dann angestanden sind. Eigentlich war die Schlange nicht lang, aber die haben die ganze Zeit die Presseleute vorgelassen. Und die hatten halt irgendwie so vier von diesen Dingern. Und dann haben die Presseleute vorgelassen. Ich stand da, glaube ich, eine Stunde an oder so. Das hat mich super sauer gemacht. Das nächste Mal sagt ihr, dass ihr von Batman News 3 seid. Ja, genau. Und dann wurde ich auch noch gefilmt. Und im ARD, ohne dass ich gefragt werde, gefilmt in der ARD war ich dann zu sehen. Eine Tagesshow warst du, oder? Tagesshow, ja, war ich. Ja, genau. Wie lange ist das hier? Hast du ein Batman News T-Shirt angehabt? Es gibt ja kein Merch. Das ist verjährt. 15 war das, glaube ich, ne? Also bestimmt nicht mehr eingreifen. Ich hätte kein T-Shirt gehabt, aber es gab keinen zum Kaufen. Aber ich hatte Fledermaus-Öhrchen auf. Das war gut. Okay, wir werden es nicht ausprobieren. Ja, ich würde es gerne. Ich bin noch guckt, ob es das vielleicht bei Grover gibt oder so. Wenn es die gibt, dann lege ich mir die Maus für eine Woche. Ja. Oder der Mike schickt zu uns. Oder man kann es mal im Mediamarkt ausprobieren. Oder im Saturn oder in anderen Läden der gleichen Art. Vielleicht ganz kurz nochmal, was braucht man dafür überhaupt noch in Zubehör? Nur eine Meta-Quest. Für die, die jetzt gar nicht wissen, um was es eigentlich geht. Eine Meta-Quest ist von Meta, also dem ehemaligen Facebook. Und es ist eine VR-Brille. Das ist ein komplettes System, oder? Das ist ein komplettes System, ja. Auf was ist das aufgesetzt? Das war mal ein Oculus. Doch, die haben Oculus gekauft. Aber die haben es einen Meta-Quest umbenannt, genau. Genau. Und ja, und das wird es für die geben und wahrscheinlich wird es auch so bleiben. Und das finde ich ein bisschen schade. Kostet ungefähr, was, die 500 Euro? Ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, es gibt auch die S. Aber was kostet die denn? Ah, 549 Euro. Es gibt aber auch die S, aber auf der weiß ich nicht, ob es spielbar ist. Die 3S, weil die sind skratzt. Ah, doch, da steht es doch. 329 Euro muss man haben. Und dann kann man spielen. Was muss man haben? Also, es gibt hier ein Set, bei dem auch eben Arkham Shadow schon mit dabei ist. Das soll 549 kosten. Ich sehe hier zwei Controller und so eine Brille zum Aufsatz. Genau. Ist das alles, was ich brauche? Mehr brauchst du nicht. Mir fällt gerade ein. Oder die S, das ist die kleinere. Und da kriegst du es für 329 Euro. Was kann die nicht? Da ist kein Controller dabei. Die hat, glaube ich, einen kleineren Speichern, das ist ein bisschen schlechter. Die hat weniger Kameras vorne. Dann kannst du dieses immersive rundherum. Die Meta-Quest an sich ist ja im Prinzip, was die ja machen wollen, was ja auch Apple jetzt versucht ist, dass man den Arbeitsplatz quasi nach Hause holt. Ja. Und dafür ist die Größere besser geeignet. 549, da ist das Spiel schon mit dabei. Ja. Und ja, ist 21 Prozent günstiger gerade, wenn man das mal so als kleine Pferdeaktion sehen möchte. So, Henning. Mir fällt gerade ein, dass ich eine stehende Einladung habe zu einem Freund, der immer wieder zu mir sagt, komm doch mal. Ich habe, der hat eine Oculus, ich glaube, der hat jetzt sogar schon eine Meta-Quest. Die achste, die quasi aufgesetzt wurde. Brauchst die dritte. Ja, genau. Aber dann kann ich mir gut vorstellen, der holt die sich dann vielleicht auch. Da bin ich vielleicht sogar der erste, ja, die wir im Osten, der erste, der dann das machen kann. Du machst einen eigenen Cast dazu. Ja. Henning? Ja. Wirst du es spielen? Nein. Gut. Gut, haben wir es gesagt. Ich meine, es gibt ja auch Leute hier, denen wurden mal eine VR-Brille mehr oder weniger geschenkt und die haben nicht mal das andere Spiel gespielt. Ja, weil da Teile fehlen. Eine Kamera, die kostet 10 Euro. Also ich glaube, nichts ist, also jetzt muss ich noch mal mit einem Satz zu beantworten, dass für mich ist das nach wie vor, oder bislang ist das für mich unverhältnismäßig, weil es dafür zu wenig Content gibt. Ich glaube, das geht mir gar nicht um den Preis an sich, sondern eher um, amortisiert sich das. Also nicht, wenn es dafür zwei Games gibt, die ich spielen will, dann, ich finde das ganz attraktiv, dass es ein komplettes System ist, dass du nichts weiter brauchst. Das ist an sich ja ganz cool. Wenn es da irgendwann mal mehr Content für gibt, dann, ja. Film gucken soll halt auch ziemlich cool damit sein, weil du es so Kino simulierst, aber ja. Für dich alleine dann, ja. Das ist dann, also wenn du alleine Filme gucken willst, okay. Also nein, nicht du, sondern wenn man alleine Filme gucken will. Alleine und Film gucken, gutes Stichwort. Wie wäre es mit einem Film mit Bane und Deathstroke? Das war eine Meldung, die sich auf Plattformen wie Hollywood Reporter verbreitet haben, dass ein britischer Autor namens Matthew Orton am Drehbuch sitzen soll. Der hat Captain America Brave New World geschrieben. Was ist das für ein? Der neue. Der ist der, der jetzt noch rauskommt mit Anthony Mackie. Weiß nicht, ob das eine gute Werbung ist, dass er den geschrieben hat. Ja, wir haben den noch nicht gesehen. Aber ich glaube, da wurden 60 Prozent nochmal neu gedreht vom Film. Ja, aber das muss ja nichts mit dem Drehbuch zu tun haben. Ja, und der Film, also da muss man auch vorsichtig sein, wie man diese Meldung liest. Also ist es ein Film über Deathstroke und Bane zusammen in einem Film so a la Venom und wie heißt der, Carnage und sowas, ist das so in diese Richtung oder ist es ein Film, in dem die einfach nur eine Rolle spielen und die Antagonisten zu einer Heldenfigur sind, die ja auch ein Batman, ein Nightwing, ein Batgirl oder sonst irgendjemand sein könnte. Das wissen wir nicht. Ich bin ja kein großer Fan von diesem Villain-Film. Punkt. Schließ mich den mal an. Also die, ja, vor allem, dann sind wir wieder an einem Thema. Ich meine, das DCU hat alle Chancen der Welt, wenn das DCU-Film sein soll. Dann fangen wir erst mal an, die Helden zu erzählen und dann macht die Bösewichte gut. Und nicht, das ist das Problem und dann laufen wir wieder bei, ich meine, das ist ja ein Spekulativ und bla bla bla, aber dann laufen wir wieder dem Problem hinterher, so warum nicht einmal gescheit aufziehen, warum, nur weil jemand vielleicht eine gute Idee hat, muss er den Film nicht gleich dazu machen. Ich habe auch viele gute Ideen, darf auch keinen Film machen. Und ich würde einen Batman-Film machen. Hast du Ideen für einen guten Batman-Film? Ja, zehn. Und das ist ja auch nur ein Gerücht bislang, oder? Ja. Also bislang gibt es da nicht weiter, also das hat noch nicht weiteres Futter. Es ist halt der Hollywood-Reporter, wo man schon sagen kann, da ist was dran, wird ja gerne mal als so eine Art Pressemitteilung dann ja auch benutzt. Aber wir müssen schon immer sagen, solange kein abgenommenes Drehbuch vorliegt, gibt es halt auch kein grünes Licht seitens James Gunn oder Peter Safran. Dementsprechend, ja, muss man das jetzt erstmal als so ein Projekt, wo wohl drüber gesprochen wird. Aber, und das finde ich halt eben die Sache, die halt vielleicht nicht in einem falschen Hals oder im falschen Ohr landen soll, man ist nicht klar, ob es ein Film über die beiden ist oder einfach nur mit ihnen in der Story. Was es vielleicht auch noch werden könnte, ist, das sind zumindest so Fanspekulationen, es gibt ja eine Reihe in den DC Comics, wo die beiden Teil einer Gruppierung sind, der Secret Six quasi. Das ist also eine ganze Superschurken-Gruppe. Das wäre es dann also das, was ihr nicht mögt, ins Quadrat. Das sind die Sinister Six auf Wish bestellt. Das weißt du nicht. Vielleicht gibt es da bessere Comics. Und dann noch irgendeinen Joker einbauen, ist das so geil, Alter. Ja, okay. Nein. Let's move on. Henning wollte noch was sagen. Ja, ich wollte nur sagen, das ist ja, wir wissen ja gar nicht, ob es ein Drehbuch ist. Letztendlich funktioniert das hier so nicht. Da geht ja kein Autor hin, der kriegt ja in der Regel nicht erst einen Auftrag und soll ein komplettes Drehbuch schreiben. Im Endeffekt gibt es erstmal ein Outline. Da sind vielleicht vier Seiten, vielleicht ist das gerade in der Mache und danach wird erstmal geschaut, gibt es überhaupt einen vernünftigen Pitch für das Ding. Und wenn das schon geleakt ist, dann ist schnell, ist in der Arbeit, vielleicht ist da noch gar nichts. Vielleicht haben sie irgendeinem Autor gesagt, hier, hör mal, mach doch mal eine Outline für einen Film mit X und Y und am Ende kommt das zurück und die sagen, nee, das geht gar nicht. Für die Produzenten, die Madame Web, Venom 2 und 3, Morbius und Joker 2 verkackt haben, jetzt noch Bane und Deathstroke. Und was man ja tatsächlich dazu sagen muss ist, diese Meldung kam und wurde ja tatsächlich von den eher größeren Blättern bestätigt, aber noch bevor Joker 2 rausgekommen ist und so verloren hat an der Kasse. Also das jetzt nochmal, klar, du musst das jetzt nicht direkt Warner verkaufen, aber das jetzt den DC Studios auch zu kaufen, auch James Gunn und Peter Seffrin werden gucken, ob sich das lohnt oder inwieweit das eigentlich gut einzubauen wäre. Man muss auch eine Sache sagen, wenn man sich das DCU anguckt, dann haben wir die Suicide Squad, wir haben Creature Commando und dann haben wir noch die Fabulous Six oder wie die auch immer heißen müssen, dann haben wir noch das, dann haben wir nochmal, dann haben wir nochmal und dann, weißt du, also das ist ja auch irgendwann mal, das hast du ja schon zweimal, das sind zwölf Teams, die das können. Und einen Superman-Film. Ja eben, genau, also deswegen, weiter, nächstes Thema. Ja, Klammern. Gehen wir mal kurz zu den Comics, Marian kann sich zwar nicht mehr dran erinnern, aber er hat mir etwas empfohlen und zwar etwas, also zumindest etwas, was mir gefallen könnte, ich glaube so war die Formulierung, Dark Patterns, finde ich eigentlich, kann ich mir nach wie vor nicht vorstellen, dass ich dir das empfohlen habe, war es vielleicht was anderes. Naja gut, Dark Patterns wird kommen, das wird eine Maxiserie, das heißt also geht über zwölf Ausgaben und im Grunde werden vier Fälle bearbeitet, das heißt also immer drei Ausgaben pro Fall und es geht wieder zurück, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ich dir das vorgeschlagen habe, geht wieder zurück in die Anfangstage von Batman und eher so ins Mitternachts-Dektivische, also es werden so Detektivfälle, die auch wahrscheinlich relativ brutal sein werden und es geht darum, dass er sich, dass Batman eben auch noch so ein Stück weit wahrscheinlich verfolgt wird von der Polizei oder dass er sich auch mit der Stadt auseinandersetzen muss und ja, wie gesagt, am Anfang geht es um Fälle von grausamen Morden und dann ist auch herauszufinden, geht es um einen Serienmörder und so weiter. Wird geschrieben und damit kann ich es zumindest mir selber empfehlen von Dan, ich weiß nicht wie er ausgesprochen wird, Dan Waters oder Dan Watters, keine Ahnung und der hat Arkham City Stadt des Wahnsinns geschrieben, das ist ein Comic, dem habe ich glaube ich fünf Bad Hats von fünf gegeben, den finde ich wirklich großartig, obwohl der gar nicht sehr pompös ist, aber da geht es so auch so um die abseitigeren Gegner von und um Batman herum, die aus der Arkham-Anstalt fliehen und wieder eingefangen werden müssen gewissermaßen und der hat ein recht gutes, der hat ein recht gutes Gespür für das Abseitige, so ein Stück weit, genau und ja, einfach vom Grafischen her ist es auch, sieht es recht hübsch aus. Hayden Sherman hat es, wird es zeichnen und Triona Farrell, die kenne ich nicht, die wird es kolorieren. Ja, schön. Two-Face kriegt auch noch eine eigene Serie. Als Max. Naja, was hat man noch nie zu Two-Face gehört? Er ist rehabilitiert. Wenigstens behält er das Gesicht, das gespaltene Gesicht quasi und er darf wieder als Anwalt arbeiten. Ja. Und da, das finde ich tatsächlich recht interessant, weil ich zuerst dachte, oh nee, das habe ich jetzt schon tausendmal, ist rehabilitiert, jetzt wird er wieder und dann wird er wieder zurückfallen und li rum la rum, ne? Wird dann niemals passieren. Ich höre weit entfernt Gerd schnaufen. Das haben wir noch nie gesehen. Schöne Grüße. Na gut. Ja, aber auch das klingt spannend, der wird dann quasi so für den Untergrund der Anwalt werden und sich wieder ein Stück weit an seinen alten Kumpel Bruce Wayne ranwanzen. Ah ja. Ja. Alter Kumpel, diese Gefühle hatte ich auch, als ich Anfang des Jahres eine Dokumentation gesehen habe oder zumindest von ihr gehört habe. In den USA gibt es, ich nehme mal an, das ist ein Fernsehsender oder zumindest eine Plattform, die sich Wise nennt. Da gibt es ja auch das Wise Magazine. Und die haben an und an eine Reihe an Dokumentationen über verschiedene Filmreihen, Herr der Ringe hier für Marian, die dann so Insidermäßig, sage ich jetzt mal, also so aus der zweiten, dritten Reihe heraus, also nicht unbedingt die vordersten Macher, die den Film dann auch entsprechend verkaufen müssen, sondern die, die halt noch richtig arbeiten mussten und mitbekommen haben, was so hinter den Kulissen abging und eigentlich recht frei von der Seele plaudern. Ja, was nicht alles so glatt lief oder so beschönigt werden muss. Und das gibt's jetzt eben auch von Batman. In den USA heißt das Icons Unearthed Batman. In Deutschland ist es jetzt auch erschienen. Auf der Plattform Join, also die Streaming-Plattform, kann man sich's kostenlos angucken. Man muss sich noch nicht mal anmelden, man braucht keinen Account. Und es läuft auf ProSieben Max seit letzter Woche Donnerstag. Ich glaube, da läuft dann immer eine Folge. Es sind aber auch schon, jetzt muss ich mal glatt gucken, schon einige eben bei Join und zwar eins, zwei, drei, vier. Und die Dokumentation erstreckt sich eben so von, ja, den Ursprüngen Batmans hin zu den ersten Verfilmungen. Dann eben Batman 89 hin zu der Schuhmacher-Zeit über Nolan bis letztendlich Henning. Du hast das schon, glaube ich, komplett gesehen. Endet auf welcher Note? Batman wie Superman wird nicht mehr Teil der Erzählung sein, oder? Das endet mit The Dark Knight. Ich glaube, Rises wird noch ganz gut angerissen. Da gibt's aber schon nicht mehr so viel Material zu mit Nolan. Genau. Also wie gesagt, ich hab schon das damals mitbekommen. Jetzt freu ich mich umso mehr, dass es eben auch für den deutschen Markt da ist. Es gibt's auch bei iTunes zu kaufen und da allerdings ohne deutsche Überübersetzung. Also nicht nur ein Sprecher, der über die Sprecher drüber spricht. Wird auch, wird von Robert Wuhl, der Alexander Knox gespielt hat in Batman 89, im Original erzählt. Es ist in Deutsch, ist es dann David Nathan, der das spricht. Als Erzähler, ne? Als Erzähler der ganzen Sache, genau. Und ja, also ich mag solche Dokus. Der eine oder andere kennt's vielleicht auch von Netflix. Wie heißt da die Reihe? Filme, die... Movies that made us. Ja, so heißt es im Original. Filme unserer Kindheit. Ich weiß nicht. Filme, die wir liebten. Filme, die wir liebten, heißt das, glaube ich. Ja, genau. Spielzeug aus unserer Kindheit ist The Toys that made us, ne? Das ist ja... Ja, ja. Genau. Das heißt, ihr müsst auf Deutsch nicht analog übersetzen. Ja. Ja, das sind so entertainig geschnittene Dokumentationen, die auch mal so aufeinander reagieren. Also so ein bisschen unterhaltsam geschnitten, um dann eben so ein bisschen mehr Dramatik und Raffinesse und Frechheit mit reinzubringen. Wobei ich finde, also genau, ich finde jetzt, dass Icons on Earth ist eher noch klassischer. Das ist klassischer Dokustil. Also es ist nicht dieses schnelle, sehr auf Entertainment getrimmte, was die Netflix-Dokus ausmacht, weil die ja zum Teil sehr schnell sind, sehr auch auf Pointe getrimmt sind. Das ist tatsächlich hier nicht so. Weshalb ich das erst recht mochte, weil es schon tief in die Materie geht. Eben mit den Personen, zweite Reihe. Das ist super interessant. Die sprechen zum Teil schonungslos offen, auch über die Protagonisten. Man erfährt irgendwie Dinge über Schumacher, über Produzenten etc. Super interessant. Ich fand die sehr spannend. Ich kann übrigens diverse Staffeln davon empfehlen. Was ich davon auch gesehen habe, ist Star Wars. Die war ähnlich spannend, weil die sehr viel aus der ehemaligen Produktion hatten, die man nicht kannte. Die haben noch eine Staffel zu Simpsons gemacht, zu James Bond. Das nächste wird dann Tom Cruise und Harry Potter kommt noch irgendwie in zwei Jahren. Also die haben, Marvel haben die übrigens auch gemacht. Ja, Inside Marvel. Ähnlich, was mich interessiert hier. Da gibt es vielleicht die ein oder andere mehr. Also weil ich jetzt gerade eben auch auf Join schaue. Also diese Reihe gibt es in Deutschland auch. Da gibt es Inside Ghostbusters, Inside Star Trek, Inside Marvel, wie gesagt, Inside Herr der Ringe. Das ist auch schon deutscher Schienen. Und Inside Fast and Furious und Inside The Simpsons. Auch noch was. Wo dann auch mal an der Ecke. Wobei ich mir bei Herr der Ringe denke, also das ist bestimmt cool, aber da gibt es schon so viel von Haus aus, was auch schon ehrlich ist. Also gerade auf den Blu-Rays. Spätestens beim Hobbit, wo er sagte, er hätte das alles ganz anders machen sollen. Ja, genau. Da wäre ich richtig gespannt. Aber ich gerade die Herr der Ringe-Dogos habe ich fast so oft geguckt, wie ich die Filme geguckt habe. Weil die echt auch richtig gut sind, richtig schön sind und auch echt da mal eine Träne runterfließt. Eine kurze Ergänzung noch. Die deutsche Inside-Geschichte ist aber nicht immer Icons unearthed. Die haben da Sachen reingemixt. Also Icons unearthed ist, im Deutschen gibt es verschiedene Staffeln von diesem Inside. Das ist aber nicht immer die Weiß-Doku, die dahinter liegt. Also das ist nochmal ein Unterschied. Aber wie gesagt, die kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Und wer das übersynchronisierte oder wer keinen Zugriff auf ProSieben Max läuft, das glaube ich, ne? Linear wird das auf ProSieben Max ausgestrahlt. Wer da zum Beispiel jetzt keinen Zugriff auf HD Plus hat und das trotzdem in der HD-Qualität gucken will und mit Englisch leben kann, iTunes 1499 lohnt sich auf jeden Fall. Genau. Um es nur noch zu korrigieren auf Netflix, das heißt dann im Deutschen, Filme, das waren unsere Kinojahre. Und vielleicht auch gut, selbst wir, ich würde sagen, das ist selbst für Kenner noch interessant, weil da Aspekte vorkommen für den Film, auch selbst bei Nolan. Ich habe die ganzen Blu-ray-Extras von allen Filmen gesehen. Da sind durchaus Aspekte dabei, die kannte ich noch nicht, weil sie eben Leute vor die Kamera holen, die bislang da auch nicht viel in Erscheinung getreten sind. Ja, ich glaube, so mit am prominentesten schon am Anfang ist Sean Young, die ja ursprünglich anstatt Kim Basinger die Rolle der Vicky Whale übernommen sollte, dann leider vom Pferd gefallen ist für eine Szene, die aus dem Film dann letztendlich auch gestrichen wurde. Und sie war halt schon bei all den anderen Sachen mit dabei, hat Tagebuch geführt, war beim Vorsprechen, beziehungsweise bei den Testsprechen mit dabei. Und hat eine interessante Persönlichkeit. Eine sehr interessante Persönlichkeit, die wahrscheinlich auch den einen oder anderen auf die Palme, sagt man das so, betrieben hat. Und Jack Nicholson gehört da, glaube ich, mit dazu. Und halt viele dieser Anekdoten, von denen man dann doch überrascht war, dass man das über, ja, Personen, die dann eventuell auch schon verstorben sind, dann auch noch, ja, sich das so ein bisschen auslässt. Von dem her, es ist recht schonungslos und dementsprechend auch spannend, auch für, ich fand ja schon die Dokumentation, die auf den 2005 DVDs der klassischen Filme mit dabei waren, weil die ja auch schon ein paar Jahre später erschienen sind und die Leute dann viel freier über Sachen sprechen können. Aber hier, wie gesagt, noch mal eine Reihe dahinter, wird halt noch offener darüber gesprochen. Und es sind halt pensionierte Leute, das sind ja Leute, die arbeiten ja gar nicht mehr in der Branche. Das ist natürlich noch mehr Freiheit, dann auch einfach aus dem Nähkästchen zu plaudern, weil du ja gar nichts mehr befürchten musst. Richtig. Und man kriegt dann auch ein Gefühl dafür, wie solche Filmproduktionen laufen und das nicht immer gleich auch alles von dem Machen als Erfolg gesehen wird oder dass das dann ein Hit werden muss, zwangsweise, oder dass man denkt, man arbeitet an etwas Besonderem, sondern es ist halt manchmal auch nur ein Job. Ja, apropos. Apropos Job. Danke, dass ihr mir diese Brücke bauen wollt. Wohin? Nächstes Thema. Zu welchem Job? Dein Job als Host, zum nächsten Thema zu kommen. Okay, dann. Landen wir jetzt schon auf der New York Comic Con, die ich glaube jetzt auch diesen Sonntag zu Ende geht am heutigen. Und da wurde uns so das ein oder andere präsentiert. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Bildlichen an und zwar mit dem Trailer zu Creature Commando, also dem ersten Segment, welches das DCU eröffnet, auch wenn es immer wieder heißt, der Superman-Film wäre das. Also so gleichwertig werden die ja nicht genannt. Also da war ja nochmal das Interessante, dass ja Creature Commandos, meintest du, Marianne, wäre schon in Arbeit gewesen. Da gab es dieses DCU noch nicht, da war James Gunn noch nicht der Kopf der ganzen Geschichte, sondern das hat man ihm so nach der Suicide Squad, nach dem Film, praktisch angeboten zu machen und ja, hat das jetzt mal eingegliedert, oder? Genau. Also er ist damit beauftragt worden und dann hat er angefangen, da auch das mit in Produktion zu nehmen und dann hat er damit angefangen, hat es geschrieben, größtenteils selbst und ja, jetzt ist es fertig und als er dann der Chef war, hat er quasi gesagt, ach ja, lassen wir es doch zu. Und damit ist das quasi eigentlich das allererste offizielle Produkt des neuen DCU, kommt im Dezember. In dem Land, fühlt sich das an, als ob ich das schon öfter gehört hätte. Ja. Und ist dann auch das erste Projekt, in dem dann das greift, dass eben die Stimmen, die wir hier hören, wir dann entweder auch in echt sehen werden oder weiterhin diese Rolle sprechen werden, wenn sie in animierter Form im Film vorkommen. Wie zum Beispiel Weasel, der ja eben schon in Suicide Squad von James Gunn, Bruder, verkörpert oder beziehungsweise gesprochen oder imitiert wurde, wie man das nennt. Und wir haben auch den Papa von Rick Flagg, den wir uns das erste Mal sehen, ne? Genau, der eigentlich von Frank Grillo gesprochen wird. Eigentlich. Der wird von Frank Grillo gesprochen, sieht aber hier aus wie ein trainierter James Gunn. Oder ein bisschen wie Aquaman. Ja, auch ein bisschen, aber ich finde vor allem, es ist so James Gunn, wenn er trainiert sein will. Guck. Stimmt schon, ja. Guck dir das mal genau an, vor allem, weil wir ja, wir haben Frank Grillo ja schon in anderen Zusammenhängen gesehen, in dieser, also, ne? Und da sieht er nicht ganz so aus. Woher kämpft er? Weißt du noch nicht? Frank Grillo kommt mal vor allem aus dem MCU. Wen hat er da gespielt, Rico? Crossbones. Genau. In den Comics ist es ein Bösewicht, der Captain America umbringt eigentlich. Genau. Und Frank Grillo ist so ein, das ist so ein Stuntman-Schauspieler, ne? Also der, der ist auch, der ist auch, hm? Ich hab das erste Mal gesehen in Warrior. Kennt den jemand von euch den Film? So ein MMA-Film mit Tom Hardy. Ja, genau. Mit den Brüdern. Genau, und da ist er drehen heute. Auch ein sehr guter Film. Wenn er nicht gesehen hat, ich mag den richtig gerne. Auch den Soundtrack davon ist der Hammer. Den hab ich nämlich erst dieses Jahr gesehen, hab mich gefreut, dass der spielen kann, der Frank Grillo. Ja, ja. Ja. Und da ist er mir das erste Mal in Erscheinung getreten. Und jetzt ist er halt da. Jetzt ist er der Papa von Rick Fleck und ich glaub, da gab's auch so eine kleine Frage-Antwort dazu, warum das jetzt der was denn mit dem Sohn ist. Und dann hat er gesagt, der ist tot. Ja, aber der hat viel gemacht in den letzten Jahren, ne? Ja, ja, der hat viel gemacht. Der hat auch im, ich hab immer, ich verwechsel den auch immer so ein bisschen, das ist aber auch so, der ist so, der ist ähnliche Typ wie hier, Barental, find ich. Ja. Ja, Barental. Barental. Und die sind auch oft, ich glaub, im Einzelfilm spielen die auch beide mit, aber ich verwechsel den auch gern mal, dass der eine im anderen Film mitgespielt hat und so. Ich, ja, der... Also, sein Sohn bleibt tot, obwohl Peacemaker Staffel 2, was ja zusammenhängt mit der Suicide Squad, in dem ja sein Sohn gestorben ist, eigentlich als was Eigenes erzählt oder gelten soll, oder? Was meinst du dir? Eins oder zwei? Peacemaker 2. Ich glaub, das ist so, das hat er auch nochmal wiederholt gesagt, es werden so ein paar Stränge übernommen und so wie es halt passt, wird übernommen, der Rest wird ignoriert. Ja. Ist jetzt halt, ich, auch für mich keine zufriedenstellende Antwort, aber ganz im Ernst, dann ist es halt so. Also es wird jetzt nicht rückwärts korrigiert quasi, das wird halt nicht passieren, damit man sich quasi nicht nochmal jetzt inverse, nochmal mit irgendwas belastet. Jetzt hat man den Schauspieler von Rick Fleck, wie heißt er gleich? Kinnaman. Joel Kinnaman. Joel Kinnaman gefragt, ob er denn in Peacemaker Staffel 2 mitspielen wird und hat er erstaunlich klar gesagt, in so einem Quatsch würde er nicht mitspielen. Ich würde auch in KTV-Serie mit, hat er gesagt. Nee, 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 er hat richtig gesagt, also in sowas würde er nicht mitspielen und das war so abweisend, so weit weg von... Wie der eigentlich ist? Nee, das sowieso, der ist ja recht, naja, der kann schon mal auch jetzt, also wenn er gegen Trump irgendwas sagen muss in einer Talkshow, ist er auch sehr klar schon, er ist glaube ich Australier, ne? Aber das war so... Nee? Das war so... Schwede. Ach, Entschuldigung, der heißt Schwede, richtig, Entschuldigung. Alter Schwede, du. Alter Schwede. Und ja, das war so gegen alle Hollywood-Standards, dass er sehr schnell Gerüchte aufgebracht hat, dass er vielleicht doch noch irgendwie vorkommt. Nicht nur das, es gab auch noch eine Folge, hat ein Regisseur mal ihn auszusehen drin getaggt, nachdem irgendeine Folge gedreht wurde zur zweiten Staffel. Ah, okay, dann muss er also die Fehler wieder ausbügeln. Das ist das Ding... Vielleicht gibt es eine Rückblende oder sowas. Irgendein Regisseur hat ihn mal auszusehen irgendwie getaggt in einen der Folgen. Okay. Oder in einen der... Ja, das war glaube ich das Problem. Badcast, wir spoilern euch, obwohl wir selber nichts wissen. Und geben wir euch noch ein bisschen was mit. Cool, ich nix drauf. Nee, eben, sehr ja. Joel Kindermann heißt ursprünglich Charles Joel Nordström. Ja. Ja. Das ist übrigens ein guter. Ich meine auch. Der ist ja nicht nur bei The Suicide Squad, wo der überragend ist in For All Mankind, die Apple-Plus-Serie, über diese alternative Geschichte, Mondlandungen, Raumfahrtentwicklung. Super. Also wie gesagt, der kann schon was. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das ernst gemeint hat. In der Art und Weise, wie er es gesagt hat, war das chronisch. Das wäre auch dumm. Also der hat ja, der hat damals, der hat ja, der hat bei, der hat gesagt, nach dem Suicide Squad hat er gesagt, dass er Zweifel an dem Ansatz hatte, weil der Ansatz ja komplett anders war, als bei dem 2016er Suicide Squad. Und hat danach aber gesagt, dass er den Film geliebt hat. Ja. Und jetzt dann sich hinzustellen und so öffentlich zu sagen, dass das Quatsch ist, das wäre ja auch, das wäre ja auch, karrieretechnisch wäre das ja suizidal. Das wäre super dumm. Das hätte er in dem Ton auf gar keinen Fall gemacht. Können wir vielleicht mal den Quote vorlesen? Das war es ein bisschen, ne, 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 und er war auch Robocop. Ja, ja, ja. In dieser Neuverfilmung mit Michael Keaton und Samuel L. Jackson. Der hat auch in House of Cards mitgespielt und bei diesem Alternate Carbon, das ist diese Netflix-Serie, der hat schon, ne, der hat schon viel gute Sachen gemacht in den letzten Jahren. Also er hat wortwörtlich gesagt, I don't know what to say. That's ridiculous. I would never, I would never be on a show like that. It's not what I do. It's not what I do. Ja. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Muss man jetzt auch, glaube ich, gehört haben, wie er sagt. Genau, genau. Aber selbst wenn man es liest, klingt es schon so, es klingt so ein bisschen wie hier Andrew Garfield in Ja. Ich bin nicht der, ich bin nicht der, ich bin nicht der, genau, Joe Kinnaman ist der, ist der Tom Holland des DC-Universums. Aber wie findet ihr denn diese Vater-Sohn-Kombi, wenn man das kurz nochmal sagen darf? Wenn man jetzt nämlich, wenn man den Trailer zu Beast, ne, Creature-Commandos. Creature-Commandos sieht, dann finde ich, passt. Passt. Wenn ich die beiden in echt sehe, finde ich, passt überhaupt nicht. Komm, ich glaube, wir sind auch zwei Köpfe auseinander, oder? Ja, Und auch alterstechnisch zu nah beieinander. Ja, definitiv. Naja, also der, der Rick Flex Senior ist ja quasi, ist ja quasi der Ur, ist eigentlich der einzige richtige Suicide Squad Member, der es mit in, der es lange Zeit mit in die Neuzeit geschafft hat. Denn die Suicide Squad war ja ursprünglich, das waren, das waren Soldaten, ne, die Missionen machen mussten, wo die anderen quasi nicht hin durften und dann wurden die später eingesetzt, auch unter Amanda Waller, um vor allem so Monster zu bekämpfen, weil sich die Superhelden da so zurückgezogen hatten teilweise. Und der war lange Zeit eben die Konstante als Chef der Truppe und wurde dann irgendwann durch seinen Sohn quasi ersetzt, durch einen neueren Rick Flagg und dann wurde das richtig durch Ostrander, wurde die Suicide Squad quasi neu erfunden und dann kam das mit Waller erst richtig und dann fielen auch diese Monster weg und diese Soldatengeschichte und dann haben wir das so, wie wir das heute kennen, dass also Superschurken da drum kämpfen können, einen Straferlass zu bekommen. Also gehen wir davon aus, Kinnaman ist in der Show. Ich sag ja, hier wirst du gespoilert, ohne dass wir es selber wissen. Ja, genau. Gehen wir davon aus, der Spiegelament ist da drin. Die wievielte Gruppierung ist Creature Commandos? Also im Stile von The Suicide Squad. Dann gibt es noch, wie heißt die eine Serie, die auch? Authority. Nee, wo Brandon Fraser mitgespielt hat. Das mit dem, auch mit dem James Bond, mit Timothy Dalton. Ja. Ach, die Gentleman. Nein. Das war Sean Connery. So die Prime-Serie, die er meint, ne? Ja, das war auch mal, es war auch so, es spielt Zeit. Die Doom Patrol. Doom Patrol. Doom Patrol, ja. Wie, 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 wie viel Gruppierung? Ja, was gibt's denn noch so, was, so mehr oder weniger nach diesem Prinzip von Packaußenseite zusammen? Ja, vielleicht noch die Metal Man. Aber da gibt's ja keine, gibt's ja keine andere. Das gibt's ja nur innerhalb der Comics. Ja, also deswegen auch zum Eindruck des Trailers. Ich glaube, ich hab das letzte Mal schon gesagt, ja, es ist halt einfach nochmal das Suicide Squad gefühlt, was wir hier auch jetzt als Trailer sehen. Von dem, was getan wird, na, auch, was denn, grad der Gewalt angeht und so, der ja hier auch nochmal aufgegriffen wird, humorvoll. Vom Stil her gefällt's mir. Ich, ich mag's, ich, ich find jetzt den Stil okay. Sieht ein bisschen aus wie die Invincible-Trailer. Ja, es ist aber, ich find's, du hast immer noch so ein bisschen das Problem, dass die nicht so viel sich bewegen. Aber ich find dafür die Explosion ringsherum find ich ganz cool. Das ist wie bei Invincible eben, Also das sieht schon nicht ganz so schlimm aus wie die, wie die, was weiß ich, wie Watchmen jetzt? Ja, ja. Oder wie hieß das davor? Crisis? Aber so richtig flüssig wird das alles nicht mehr. Ich glaub, wir kriegen nie wieder solche Animationen, wie wir sie gewohnt sind. Wie wir es ja gedachten, dass wir sie gekriegt hatten. Dass wir ja so hatten. Aber was ich schon spannend finde in dem Trailer wird auch das DCU so belastet. Das ist natürlich schön gemacht. Hier das DCU-Logo nochmal um das U dann eben angereichert. Finde ich gut. Ja, und der Trailer an sich, ja, muss nochmal gucken. Ich muss sagen, das ist ein Projekt, wenn das rauskommt, ich glaub, ich würde da schon irgendwie finden, dass wir das ganz gut finden. Aber es ist nicht so, dass ich schlaflose Nächte deswegen hab. Das wird mich kein, bevor ich die Folge nicht anmache, würde es mich nur interessieren und dann bin ich am Start. Sehe ich ähnlich. Also wenn das jetzt nicht käme, also natürlich jetzt nicht, wenn es abgesetzt würde, aber wenn es jetzt nicht käme oder es jetzt nicht gäbe, wäre es auch okay. Es gibt es. Mal gucken, was es wird. Trailer finde ich auch erstmal recht generisch. Ich muss sagen, schau mal, was das insgesamt auch vom Volumen gibt. Ist schon, glaube ich, wie folgendes sind? Weiß man das schon? Nee, ne? Das ist ja acht, glaube ich. Man muss aber auch eine Sache sagen, das war bei Peacemaker, bei mir genauso und ich hab da jede Folge richtig gut gefunden. Ja, das fanden wir alle super. Und ich freue mich hier tatsächlich auf die Charaktere. Ich glaube, das ist auch wieder ganz Stärke und der hat es auch komplett selbst geschrieben, also von daher. Nur mit so vielen Figuren machst du ja trotzdem ein gutes Universum. Und mal gucken, wann wir es hier verfügbar haben und wo. Also 15. Dezember in den USA soll es laufen. HBO Max, beziehungsweise jetzt nur noch Max. Wird es nicht so ein RTL Plus Ding? Ich erwarte tatsächlich, dass das auf Sky kommt und zwar weiß ja diese, es gibt ja diese Gerüchte, Max wird jetzt ausgespielt in noch mehr Regionen auf der Welt und es gibt diese Gerüchte für die armen Engländer und für die armen Deutschen, dass das hier wahrscheinlich dann so eine Art Joint Venture wird, wieder mit Sky. Jetzt wird dann Skacks oder May. May. Ja. It's gonna be May. May Skacks. Es sind nicht acht, es sind anscheinend sieben. Gibt es bestimmt noch eine Bonus-Folge. Die soll dann am 16. Januar laufen, die letzte Folge. Das hat noch keiner gemacht, kein Streamer hat das mal gemacht, so eine Serie, so irgendwie acht Folgen raushauen und dann auf einmal, ey, wir haben übrigens noch eine. Ja. Das wird nochmal. Wir haben jetzt auch noch nicht eine. Wir haben noch eine gefunden. Nee, eher so, das ist Plan, das ist Teil des Konzepts, jetzt ist es vorbei. Ja gut, hast du dann noch so Weihnachtsfolgen, die dann halt noch kommen oder hier die Musical-Folge. Genau, die Musical-Folge oder hier die Weihnachtsfolgen von den Guardians oder so was. Oder Halloween gab es ja auch mal, ne? Ja, genau. Deadpool by Night, nee, Wellworth by Night. Ja, gut. Ja, ich kriege hier gerade, Moment. Was kriegst du rein? Wir kriegen hier gerade was rein. Ja, hier eine Meldung von Jim Lee. Moment. Lieber Bernd. Lass mich mal. Lieber Bernd. Ich würde gerne zusammen mit Jeff Loeb, den du als Autor kennst, nochmal zusammenarbeiten. Achter Jeff. Was machen wir denn? Hush. Zwei. Hush, Hush, Baby. Hush, Hush. Hush, zwei. Ach, das ist ja, Ach Henning, was denkst du dir darüber? Dinge, nach denen die Welt nicht gefragt hat. Genau. Ja. Ja, genau. Aber wohl die wichtigste Meldung des Tages oder wie wollen wir es nennen? Das zeigt aber, wie heiß der Rest der News war. Wenn das die heißeste News von der Con ist, dann weißt du, wie dünn das war. Aber sie ist noch nicht mehr von der Con, sie ist im Zuge der Con. Ja, okay. Veröffentlicht worden. Naja, es gab das Panel von James Gunn zu Preacher-Kommandos, da sind noch so ein paar Sachen und ein bisschen Hype rausgefallen. Aber eine Info-Gehalt. Ja, ich sage jetzt Hype rausgefallen. Das, was an neuem Material etc. Ja, Hush, zwei, mal gucken. Ich meine, es ist ja, wir haben ihn ja auch besprochen, wir haben ihn an Badcast besprochen, Hush. Ich meine, das ist ein Comic-Klassiker, der sicherlich eine ganze Generation an irgendwie Comic-Fans nochmal stärker an Batman gebunden hat, wenn ich gar dazu geholt habe. Ob das jetzt eine Fortsetzung benötigt, lasse ich mal dahingestellt. Wir wissen ja aber noch gar nichts darüber. Also sprich, was ist der Ansatz? Um was, wen geht es da genau? In welcher, wenn ich es richtig verstanden habe, soll ja auch eine Ongoing Series quasi stattfinden. Das heißt, wie passt sich das in die laufende Kontinuität ein? Passiert das überhaupt? Muss man mal abwarten, bis man mehr Informationen hat. Grundsätzlich eine Comic-Serie oder eine Miniserie von Löw und Lee? Immer gerne. Ja. Ja, das ist so ein Ding halt, ne, immer, das ist halt, ich, Hush war mir halt noch nie so ein wichtiger Comic, aber als zum Beispiel letztes Jahr Flashpoint rauskam, fand ich Comic geil, war alles geil, fand ich gut, das wurde gut fortgesetzt, war ein geiles Ding. Und bei Hush ist es so, ich werde halt, das Problem eher ist, ich hätte es wahrscheinlich cooler gefunden, wenn es für sich gestellt wäre, weil ich, dann muss ich mir erst mal Videos angucken, was gerade passiert, weil ich nicht jetzt die Comics loslesen werde. und das ist eher sowas, aber es gibt auch einen Film dazu. Nein, ich meine, was in welchem... Die aktuelle Kontinuität. Achso, den Film habe ich ja geguckt. Stimmt. Das ist ein Thema. Das ist halt eher, weil das werde ich nicht machen. Ich habe, während Corona war ich echt aktuell bei den Batman-Comics, aber auch nur, weil es sonst nichts gab. Und so wirkt es natürlich, das wird auch ein Grund sein, man will die aktuelle Comic-Reihe boosten, weil sie offensichtlich nicht wie gewünscht läuft und dann holt man sich zwei namhafte Größen, die natürlich eine riesen Fangemeinde haben, holt man sich rein. Ich hätte es als eigenständige Serie auch interessanter gefunden, aber schauen wir mal, wir haben ja wirklich noch gar nichts dazu vorliegen. Mal gucken, was das wird. Das war Hasch halt schon vorher auch, ne? Hasch stand früher auch nicht für sich. Das war auch... Das hat auch nicht in der Kontinuit stattgefunden. Das ist zwar in der Ongängs-Hilse erschienen, das war aber für sich abgeschlossen. Noch ziemlich sicher. War das so? Ich glaube... Das war, glaube ich... War das nicht ein Übergang? Also war das nicht ein Teil, wo es dann überging in eine neue Reihe? Das ist zwar mit einer... Das ist in der laufenden Nummerierung erschienen, aber das startet doch... Das startet doch nicht anknüpfend an irgendeine laufende Geschichte. Das war dieser Reboot vor 52. Aber das... Verwechsel das nicht, weil das in Deutschland so war, dass mit Hasch quasi Panini eröffnet hat auf der 1. Ja, das weiß ich noch. Ja, das weiß ich noch. Das kann schon sein, aber selbst dann hast du ja quasi die Kontinuität, hast du ja eine Kontinuität neu gestartet. Und es wurde ja auch sehr schnell nach... Sehr schnell eingefügt in die Kontinuität dann mit Red Hood. Und andere Red Hood kamen ja dann dazu. Und dann wurde das ja noch weitergeführt. Und es wurden dann ja... Es bezog sich ja dann einiges darauf. Genau, 608 bis 619 Batman. Also dadurch, dass das immer wieder, auch in den USA übrigens, separat veröffentlicht wurde, kann es jetzt ja keinen großen... Also es war ja nicht in große laufende Geschichten eingepasst, die man jetzt groß verstanden haben muss oder vorher gelesen haben muss. Vielleicht ist das wieder so, wissen wir nicht. Fakt ist jetzt für mich, fast alles, was Löb gemacht hat, ist mindestens gut bis grandios. Also ich habe wirklich von dem noch nie irgendwas gelesen, wo ich dachte, okay, das kannst du komplett vergessen. Und Lee hat natürlich jetzt lange nichts mehr gemacht. Also der hat lange nichts mehr gezeichnet. Aber wir wissen, das ist natürlich immer ikonisch, wenn der was macht. Das Letzte, was ich gesehen habe, war das von The Batman, oder? Das Letzte, was ich von ihm gesehen habe, waren die Cover für diese Sammelbände, der DC vs. Marvel Crossover. Da hat er Variant-Cover zu sein. Ich erinnere mich. Naja. Also was man noch hinzufügen kann, ein bisschen weiß man was. Und zwar, dass US-Leser schon mal einen ersten Vorgeschmack praktisch als Prequel in Justice League Unlimited 1 bekommen werden. Und die Reihe wird sechsteilig sein. Ja. Das ist ursprüngliche 12. Ja, genau. Also Hasch 1 war ein halbes Jahr. Genau. Und man hat ja ein T-Shirt veröffentlicht, auf dem dann die erste Zeichnung von, oder eine Zeichnung von Batman zu sehen ist, mit dem Hasch-Logo. Und dabei wird es aber geschrieben H2SH. Was ich ein bisschen komisch finde, aus grafischer Sicht, das hätte sich natürlich angeboten, das S in eine 2 zu drehen und das U beizubehalten, dann hätte sich es nämlich auch lesen lassen. Oh, das wird gar kein Hasch 2, sondern das wird... H2 Superhero. Ja, H2 Superhero. Ah. So, Marian, zeig mir gerade noch, was hast du da? Was wolltest du noch sagen? Was zeigst du mir da? Der Marian wollte ich darauf hinweisen, ob wir noch über die Lantern-Serie reden wollen. Warum? Warum? Das hab ich dann... Spielt Batman mit? Weißt du nicht. Wir können auch über Superman reden. Ich hab gehört, da gibt's ein Bild mit Krypto drauf, dem Hund. Das find ich gut. Aber er wird nicht sprechen. Doch, The Rock war schon bei DC, der würde ihm nicht sprechen. Krypto wird nicht sprechen. Der Rock wird ihn niemals sprechen. Der Rock wird ihn niemals sprechen. Das ist gut, dass Krypto nicht sprechen wird. Wenn das passiert, bin ich raus hier. Es ist schön, dass wir jetzt Henning hier haben. Wiederbelebt haben. Auch. Denn Henning hat sich meines Businesses nach noch nie dazu geäußert, was er von Krypto hält. Interessant. Mach mal. Nicht viel. Aber ich hab bislang auch noch nie eine Umsetzung gesehen, die mir irgendwie gefallen hat. Zumindest keine Live-Action-Umsetzung, das kommt ja noch dazu, weil die hab ich bisher nicht gesehen. Krypto ist so eine Figur, die brauch ich nicht. Die stört mich jetzt auch nicht, je nachdem, wie sie eingebaut ist. Damit kann man sicherlich was machen. Gunn wird sich irgendwas dabei gedacht haben. Ich hoffe halt, das ist wieder ein Punkt, ich hoffe, dass das eine Figur ist, die am Ende storyrelevant ist. Ja, okay, bei Smallville kam Krypto vor, allerdings in einem völlig anderen Gewand, also gar kein klassischer Krypto. Genau. Und ich bin wieder beruhigt gewesen in dem Augenblick, als Gunn gesagt hat, er wird auf jeden Fall nicht sprechen. Weil das war meine größte Sorge, dass wir tatsächlich jetzt das haben, weil das ist mir dann schon zu drüber. Wenn das nicht passiert, okay, und es quasi ein Sidekick ist, ich hoffe halt, wie gesagt, dass es einen guten Grund gibt, auch in der Geschichte den einzubauen. Und sei das nur, um Superman irgendwas an die Seite, irgendjemanden an die Seite zu geben, um irgendeine Persönlichkeitsseite von Superman noch zu verstärken. Ich hoffe, dass es nicht nur rein als Gag passiert. Das glaube ich allerdings auch nicht, weil dafür wäre es auch zu aufwendig, wahrscheinlich die Figur da einzubauen. Ich kann mich noch gut daran, ich mag den auch nicht, das habe ich jetzt nur mehrfach schon kundgetan. Hundgetan. Kann den nicht, habe ich Hundgetan? Hundgetan, das ist richtig. Und was ist der Hund dafür? Kann das nicht gebrauchen. Für mich war Krypto, für mich war Krypto richtig deplatziert in der Animated Series von Superman. Das ist so ein außerirdischer Hund. Und mittlerweile ist es aber für mich die einzig legitime Darstellung von Krypto. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ja, ich glaube, der kommt auch nur in zwei oder drei Folgen vor und dann springt der Superman einmal so an. Und der ist wirklich von Krypto. Also ich kenne überhaupt nicht die Story des Hundes letztendlich, woher er stammt, auch comicseitig, wann er eingeführt wurde. War das so ein 60er, 70er Jahre? Ja, der ist auch bei Superman gar nicht so wichtig. Ich nehme stark an, da ja der Supergirl-Film nach der Vorlage von Tom-Kings-Comic stattfinden wird. Genau. Dort spielt Krypto eine Rolle, die durchaus auch gewissermaßen wichtig ist. Oder dort spielt er eine wichtige Rolle, gewissermaßen. Und da kann er schon, da passt er dann, deswegen wird er hier wahrscheinlich mit eingeführt werden. Ja. Superboy war er am Anfang mal dabei, sehe ich gerade. Also er ist aus den 50er Jahren. Bernd, weil du das ja vorgestellt hast. Er ist auch das von 55. Genau. Und war natürlich auch eine, das muss man ja auch mal gucken, du brauchst ja in den Comics häufig auch Nebencharaktere, mit denen halt irgendwie alleine schon geredet wird. Und natürlich ist es aber so ein Kids-Ding. Also definitiv, das ist natürlich was, ich will Familien, kinderfreundliche Comics machen. Was passt da besser? Und natürlich auch bei Superman kannst du natürlich super gut noch einen Hund mit einbauen. Passt irgendwie insgesamt gut. Da hat er noch Superkräfte, kann fliegen, träumt ja jedes Kind von. Dann kann ich beim Hund durch die Gegend fliegen. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie das in einer ernsthaften, wie das in einer ernsthaften filmischen Umsetzung am Ende aussieht. Rico hat, glaube ich, gerade den Faktencheck gemacht, inwieweit Krypto schon mal Real-Life, oder wie nennt man das denn? Genau, Live-Action. Ja, generell im Bewegtbild. Ja. Und hast du hier von den Titans ein Bild? Ich habe die nicht fertig geguckt. Bei den Titans ist er dabei, genau. Stimmt, mit Superboy zusammen. Ja, genau. Die habe ich aber nicht gesehen. Das habe ich noch gesehen. Das war in Ordnung. Im Prinzip habe ich mit allem recht, was ihr gesagt habt. Es ist natürlich trotzdem, kann man da ein bisschen was draus machen. Ich muss sagen, das Bild, das ich gesehen habe von beiden, fand ich richtig schön. Du bist aber auch so ein Hundemensch, ne? Ich habe auch einen Hund, ja. Der Bruce heißt. Bin ich übrigens auch. Finde ich auch super knuffig. Ich mag Hunde. Ich auch. Ich habe eine schwächige für Hunde. Ja. Der Punkt war nur, das ist ursprünglich, das ist vielleicht ganz kurz der eine Satz noch, das ist ja ursprünglich ein Sidekick von Superboy. Da ist der auch erschienen. In der Superboy-Comicserie ist der quasi dazugekommen. Nach dem Motto, ich gebe dem Jugendlichen Superboy, weil der muss ja auch mit irgendjemandem interagieren, gebe ich einen Hund an die Seite. Gassi gehen. Ja, genau. Aber da geht man nicht Gassi im Park, sondern Gassi auf den Mond. Übrigens auch reden. Das war ja auch für Robin bei Batman das Thema. Mit wem redet Batman, um Dinge zu erklären, die in seinem Kopf eigentlich ansonsten vorgehen, wenn ich nicht schon nicht innere Monologe in einem Comic haben will. Das ist bei Krypto ja genauso passiert. Das ist ja auch so ein USA-Ding. Weißt du, dass der Hund und der Farmer, der einen Hund hat und so. Es gibt ja auch Ace. Da würde ich jetzt auch, wenn wir jetzt einen Superman-Film, einen Batman-Film haben würden, theoretisch, und da würde jetzt die Meldung kommen, dass da Ace dabei ist, dann würden wir auch nicht alle gleich die Fassung verlieren, weil dann liegt da halt irgendwo in einer Pad-Hülle rum. Ja, die Fassung würde ich nicht verlieren, aber ... Und die Grundgeschichte, weil Bernd hat es gerade gefragt, die Fassung würde ich nicht verlieren, aber Ace hätte ich natürlich bei einem Batman-Beyond-Film, hätte ich die schon gerne. Ja. Ist aber, glaube ich, aufgrund irdischer Natur auch einfacher zu erzählen als bei Superman, wo ich mich frage, wo da ein kryptonischer Hund herkommt. Ja, warte, aber das wollte ich gerade sagen. Das ist in der Ursprungsgeschichte, geht es darum, dass das tatsächlich, das sieht man auch, wenn man das googelt in der Animated Series, haben wir das gerade gesehen, da gibt es ein Bild, wo der kleine Carl L., bevor er mit der Rakete weggeschickt wird, mit dem Hund spielt. Also die Geschichte ist eigentlich, dass der Hund tatsächlich auf Krypton auch schon existiert hat und dass Joel eine Prototyp-Rakete testet und dort setzt er den Hund rein. Tierversuche. Genau, quasi. Um das zu testen. Das ist natürlich jetzt die Frage, und da muss man dazu, da hat man das Thema mit der Alterung und etc., wie funktioniert das? Aber das ist die Geschichte, Krypto kommt also auch noch vor Carl L. Eigentlich auf der Erde. Und jetzt muss man natürlich gucken, wird der auch nach Smallville geschickt? Nehmen dann auch zufällig, die Kennst du ihn auf, wie taucht Krypto dann überhaupt irgendwann? Aber es ist nur, ja genau. Aber ich glaube, was man auch schon darüber sagen kann, ist, dass der komplett CGI ist. Also ich glaube, das wird eh immer weniger Produktion machen, dass man noch Tierern-Set holt, außer für Reference. Und der ist nachempfunden, James Gunn Streuner, wo wir wieder dabei sind, der Typ baut sich in seine eigenen Filme ein. Rick Fleck sieht aus wie er, da ist sein Hund noch drin, der macht nur Filme für sich, der Sack. Naja, nicht nur für sich, sondern ja für seine ganze Familie. Zumindest hat Krypto im Shot kein Cape. Wenn man sich mal das Casting, der Kenz anguckt, und sich dann die Bilder von James Gunn's Eltern anguckt, da ist auch eine kleine Ähnlichkeit zu sehen. Wollte ich nochmal gesagt haben. Und der Shot, den wir sehen, also Superman sitzt in dem Krypto, guckt runter auf die Erde, sitzt nur auf dem Mond, oder gehe ich davon aus, kann auch gut sein, dass Krypto vielleicht noch nicht mal eine riesige Rolle spielt, aber allein so ein Shot ist ja schon, dieses, okay, Superman hat noch einen Gefährten, das ist natürlich ein knuffiges Bild, das strahlt eine gewisse Wärme, eine gewisse Herzlichkeit aus. Dann haben wir, was Rico gerade gesagt hat, geht natürlich um, tierliebe Menschen sind grundsätzlich, glaube ich, immer jedem ein Stück weit noch sympathischer, das kommt hier alles noch dazu, um die Figur aufzuladen, mit Positivität. Ich hoffe, dass es in dem Film auch irgendein Outcome hat, neben dem noch. Weil du gerade schon das Cape angesprochen hast, ich finde das Cape auf dem Bild toll, von Superman nochmal, also war damals schon bei den Setbildern so, dass mir das super gut gefallen hat, generell der ganze Shot, ich glaube, die Erdkugel haben sie später eingebaut, natürlich, wahrscheinlich ist es hochgeflogen. Nein, ich meine, so wird es, so wird es, natürlich, so wird es vielleicht am Ende des Films oder im Film nicht aussehen. Ist es nicht eine Referenz aus All-Star-Superman? Gibt es da nicht auch etwas, wie er da sitzt? Mond, genau. Am Rand eines Kraters, genau, auf dem Mond. Und trotzdem sieht es hier aus wie so ein Muppet-Hund. Das sieht aus wie ein Animatronic, das stimmt. Ja, das kann ich nicht leiden. Aber ich muss eine Sache sagen, es ist trotzdem ein besserer Reveal-Shot für die Stimmung des Films als das ursprüngliche Superman-Bild. Und ich bin mir fast sicher, sowas sollte es auch werden und er hat aus irgendwelchen anderen Gründen diesen einen Shot vorgezogen und es sollte schnell gehen. Ja. Weil das ist... Weil wenn er sowas hinkriegt, warum sollte er dann dieses andere machen? Es wäre der bessere Teaser auf jeden Fall. Ja, 100%. Also von der Funktion auch eines dieses... Du siehst nicht mal von vorne des Kostüms, das war ja perfekt. Genau, Henning zeigt uns gerade nochmal den Shot, also das Panel, auf das dann eben dieser Shot wohl basiert. Man muss dazu sagen, heute kam nochmal ein Bild raus, oder? Du willst die Welt auch brennen sehen. Ja, ich bin... Wenn wir schon beim Kostüm gerade eben sind. Some men. Von wem ist... Was ist das? Ein Kostüm-Test mit Corinne Sweat? Ja, also das ist die erste Version des Kostüms. Der erste Kostüm-Versuch mit Corinne Sweat. Also nicht ein Kostüm, was als erste Stufe im Film vorkommt, sondern was man mal mit den Kostüm-Designern ausprobiert hat, ob das funktioniert. The first test of the first version of David Corinne Sweats Kostüms. Wenn ich das so sehe, wenn ich das jetzt so sehe, in den kleinen, das ist schon fast zu groß. Wenn ich das nicht so klein sehe, denke ich sofort an die Armseue von Lois und Clark. Na, ich bin... Ja, in den 40ern. Das sieht aus wie so ein... Ja, es ist schon zu groß. Wenn du das hier siehst, das sieht wirklich... Das sieht hier wie so ein Jahrmarkt-Wichtheber. Das liegt aber daran, Rico, das ist ein fast genauso aussehenden Shot von Dean Cain, wo der von der Seite auch mit den vor der Brust verschränkten Armen gibt. Ja, das... Jetzt habe ich die Intro-Melodie von Lois und Clark. Ich muss eine Sache sagen... Was übrigens auch bei Joyen gibt. Ich muss eine Sache sagen... In HD. In HD. So hier... Also wenn man hier... Jetzt alle mal daheim das Bild sich angucken, findet ihr auf unserem Discord. Und dann, ich sag mal... Bis zum Gürtel. Bis zum Gürtel. Gürtel finde ich schon doof. Ja, das ist auch mal ruhig kurz. Oh, das ist ein Stock. Bis zum Gürtel. Finde ich das schon ziemlich nah an... Der sieht doch gar nicht aus wie Corinne Sweat. Nee, der sieht auch wie Tom Welling in dem Bild. Ich finde es trotzdem... Vielleicht finde ich es deswegen so gut. Und Brandon Fraser. Aber ich finde es schon sehr gut. Ich finde die Frisur gut. Ich finde ihn gut. Er sieht ein bisschen aus wie Brandon Fraser, das stimmt. Der sollte auch mal Superman spielen. Wer nicht? Der Trudge, der aus dem Dschungel kam? Also morgen kommt bestimmt raus, dass es ein KI-Bild ist. Vor allem, weil das in den Hosen so komisch aussieht. Aber sobald ich, wenn ich runtergehe, also bis zum Gürtel, finde ich, ist es für mich sehr nah an perfekt. Auch die Farben sind super. Was hat der denn da? Sobald ich zur Unab-Box runtergehe, hoffe ich, dass die Lois die mal auszieht. Naja. Was dann auch immer auf sie wartet, wie sieht das denn aus? Sag ich ja. Warum hat er seine Bauchmuskeln drückt und sich auch so durch den Gürtel? Das ist der Muscle-Suit, der da drunter, der ist so tief. Also die Hose sitzt viel zu hoch, weil die Hose auch insgesamt viel zu... Also die ist viel zu lang. Die kurze Hose ist gar nicht mal so kurz. Das ist ein echtes Problem, weil das ist auch wieder das Thema. Das zieht die Proportionen ins falsche Verhältnis. Das hatten wir bei dem Suit von Returns schon. Je nachdem, wie du das Zeichen, wie du die Hose anpasst, damit ziehst du dir in der Optik den Oberkörper in die Länge. Und das ist hier auch ein Problem, weil das Ganze sieht einfach seltsam aus. Dann hätte ich einen Vorschlag. Unterhose weg und den Karnevalsgürtel auch. Also den Gürtel bin ich gerade eben auch schockiert. Ich habe den vorher noch nie so gesehen, dass der auch aus Stoff sein soll. Doch, das ist auch bei dem richtigen Kostüm. Das sieht immer aus, als wäre das ein Karneval. Ich kann das nicht leiden. Schade, schade. Aber mal gucken. Wir wissen jetzt... Sieht aber nicht so stoffig aus wie hier. Ich glaube, hier ist es noch ein bisschen schlimmer. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht ist es auch nur, der die Mama gemacht hat. Es ist natürlich ein Shot, also unabhängig von der Qualität des Shots, das Timing ist wieder was, wo ich mir denke, warum? Also das ist so ein Shot, wo ich sage, zeigt es, wenn der Film gelaufen ist, wenn der Film draußen ist, kannst du so einen Shot nochmal irgendwann veröffentlichen aus einem Making-of oder was auch immer. Jetzt ist das ein Punkt, wo ich sage, über das Kostüm gibt es eh schon Kontroversen. Es gibt um den Film schon die ersten Kontroversen. Das hilft nicht. Man muss aber sagen, das hat irgendjemand rausgebracht. Also Tales Pictures heißt... Da unten ist aber ein DC-Studio. Ja, ja. Rechts ein Disclaimer. Aber kann auch sein, dass das irgendein Leak von irgendwas ist. Naja, ich denke eben, das ist vielleicht die Firma, die da irgendwie vielleicht daran gearbeitet hat oder die das Bild machen durfte oder was auch immer. Mach mal hoch nochmal. Ne, mach nochmal hoch. Da steht ja, was das für eine Firma ist. Sony Camera Cinema Line. So, ne? Also die sind vielleicht für das Foto verantwortlich, dürfen das natürlich vielleicht für eigene Promozwecke nutzen und haben sich gedacht, Mensch, da hauen wir das doch jetzt nochmal zur Comic-Con quasi nochmal mit raus. Kann sein, dass das genehmigt ist. Whatever. Aber, ja, es ist die First Version. Vielleicht ist das ja tatsächlich so, wie es Rico gerade eben gesagt hat. Vielleicht ist es das Geschneiderte von Martha Kent. Ich gucke mir das Kostüm an. Und wenn wir jetzt in Prozent gehen, ich mag 70 Prozent des Kostüms sehr. Ich mag 30 Prozent nicht so sehr. Die Farben sind super. Ja, die Farben sind super. Das Ding, er ist super. Das Cape ist cool. Die Schuhe sind cool. Passen, ja. Das ist alles... Ja, aber ganz ehrlich, ihr wolltet Unterhosen, jetzt habt ihr die Unterhosen. Die Überhosen. Nee, ich will die nicht. The First Version. Also es könnte tatsächlich sein, es ist das von Martha Kent und er kriegt dann das andere, was wir kennen von den... Nee? Also es ist... Ich glaube nicht. Schauen wir mal. Weiß ich auch nicht, ob das storymäßig... Wir fangen ja nicht von vorne wieder an. Ja, ja. Stimmt schon. Was heißt das hier? Es kann ja sein, dass er dann trotzdem mal in irgendeiner Rückblende mal kurz durch Smallville fliegt oder so. Und die Überschrift ist ja die Frage, auf was die bezogen ist. Die kann auf die Geschichte bezogen, sondern kann auch auf die Produktion bezogen sein. Ich hatte sowieso Produktion gelesen, jetzt kommt Rico plötzlich mit Martha Kent und er hat mich mit der Idee gefangen. So, jetzt dürft ihr noch ganz kurz die grüne Leuchte erwähnen. Was ist los? Wir haben die beiden Hauptrollen besetzt bekommen. Die dritte Laterne im DCU. Dritte Laterne. Wir hatten ja vorher... Wie heißt der gleich? Nathan Fillion. Ja. Als Guy Gardner. Und dann gab es lange Gerüchte, um ob Kyle Chandler vielleicht Hal Jordan wird. Also es sollten mehrere ältere Männer, es war zum Beispiel Josh Brolin auch im... Sind wir wieder bei ältere Männer. Josh Brolin war... 45? War im Gespräch... Also mindestens. Wenn nicht sogar ab 41. Und Kyle Chandler ist es geworden. Kyle Chandler kennt mal, ich kenne den von Friday Night Lights, von der Serie, da hat er quasi den Trainer gespielt. Das ist großartig, habe ich sehr gemocht. Das war für mich immer ein Traum. Jonathan Kent, das ist so ein... Den kannst du richtig gut besetzen in so bodenständiger Amerikaner vom Land. So kannst du den gut besetzen. Aufrechter Mann mit einem klaren Wertesystem. Der hat in Wolf of Wall Street, hat er einen FBI-Agenten auch gespielt. Da hatte ich mich schon gefreut, dass der mit dabei war. Ansonsten spielt er eigentlich in relativ vielen Filmen mit. Oft recht unauffällig, guter Schauspieler. Spielt also einen älteren Hal Jordan, der der Mentor werden wird für einen jüngeren Jon Stewart. Okay. Und der wird gespielt von Aaron Pierre. Aaron Pierre kennen wir aus noch nicht so vielen Produktionen, aber gerade gut durchgelaufen auf Netflix mit Rebel Rich. Dort ist lustigerweise, man sieht, Rebel Rich hat angefangen, man guckt sich den an, der hat so ganz helle Augen, guckt sich den an und denkt, der sieht aus wie Jon Stewart, so als DC-Fan. Man guckt den an und... Du hast es gesagt als erster auf Discord, ich will den jetzt als hier... Genau. Drei Tage später... War es dann so. ...gab es das erste Gerücht dazu. Siehst du, wenn du jetzt mal bei Batman mehr dabei wärst, dann hätten wir schon DC-Fan. Bis auf morgen. Lee Pace. Bitte Ethan Peck. Bitte. Und Lee Pace dann als Rasa Al Ghul, das wäre viel besser. Ach nee, das geht nicht. Ja, Lirum Larum. Und jetzt haben wir quasi die Lanterns da zusammen und was ja immer noch quasi sein wird, im Heartland soll das ja spielen, sollen die Lanterns einen mysteriösen Fall aufklären à la True Detective, der aber mit dem großen Ganzen im DCO verbandelt ist. Ethereum. Richtig. Wird wahrscheinlich gedreht von Februar bis in den Sommer hinein, nächsten Jahres. und die haben den Drehort gewechselt. Eigentlich wollten die in Atlanta drehen und jetzt geht es aber zurück nach L.A. Auf dem Mars. Ja, das denke ich tatsächlich. Jetzt geht es zurück nach L.A., das heißt mehr ins Studio. Wahrscheinlich wird man vielleicht die Scale etwas höher machen oder beziehungsweise wird man vielleicht doch mehr in den Weltraum gehen, als das von einigen so befürchtet war, weil es hieß, naja, die Green Lanterns laufen die ganze Zeit unten auf der Erde rum, was soll das, ne? Und jetzt kann es schon sein, es geht vielleicht schon ein bisschen eher in den Weltraum. Wird eine Max-Serie, ne? Ja. Gut? Gehen wir auch in den Weltraum. Nö, in den Spielraum, würde ich sagen. Ja. Wir könnten uns mal angucken, was so McFarlane auch zur New York Comic Con angekündigt hat, an Merchandise für Batman, an Actionfiguren. Wir wurden ja schon am, ja, was soll man sagen, unsere Geldbeutel haben sich ja schon geöffnet im Vorfeld die Tage davor. Rico, was hast du dir bestellt? Oh, ich hab mir das Batman Beyond Batmobil gekauft. Mit Batman drin. Genau, das Batman Beyond Batmobil ist ja ein Gleiter. Genau. Und ist ja auch ein recht großes Teil auch geworden, in dem dann auch eine Batman Beyond Figur mit dabei ist, die nochmal so ein eigenes Design hat, weil, ich glaube auch in der Serie, ne, hatte der ja so leuchtende... Genau, wenn der drin sitzt, hat er immer so ein bisschen so ein... Dann leuchtet der so rot. Genau. Dann ist das verbunden quasi über so, ja, Punkte auf dem Kostüm. Gott sei Dank gefällt mir das nicht richtig gut, sonst hätte ich mir das auch bestellen müssen, ohne zu wissen, wo ich es hinstelle. Ich finde es trotzdem cool. Ich finde es, ich freue mich da schon ein bisschen drauf, muss ich sagen. Es muss flacher sein, eigentlich. Es geht aber nicht, das hat mir der Rico erklärt, weil du sonst die Figur nicht reinsetzen kannst. Wahrscheinlich, ja. Das sieht von der Seite geht das noch, aber so von vorne und von oben und von der anderen Seite schon nicht mehr. Aber das ist rot beleuchtet auch, ne? Ja, also hat auch Sounds, glaube ich. So sieht es ein bisschen aus, wie so ein Humor. Wenn man das von vorne sieht, sieht es ein bisschen aus, wie das Batman BVS, der Batwing, also die Kapsel nur, ohne die Flügel. Weißt du, das hat auch so einen komischen... Also wenn du das hier wegdenkst und hier die Flügel dran machst, hat es die gleiche... Ich sehe das wie eine Krabbe. Ich finde es nicht schön. Ja, dich finde ich auch nicht schön. Ne, also ich habe es mir auch vorbestellt bei McFarlane direkt. Es gibt noch eine Amazon.com-Variante, in der dann die Figur nicht mit dabei ist. Ich weiß nicht, welche über deutsche Händler wie Heo dann vertrieben werden, aber ja, also meine Bestellung ging direkt über den McFarlane Store. Aber die ist ein bisschen slicker, oder? Die... Weiß es genau wie... Sonst weiß ich noch nicht. Es ist eigentlich genau das gleiche. Aber das ist aber nicht so rot angemalt, oder? Das ist für die Fotografie. Ah, ja. Das sind Promo-Bilder. Genau, ansonsten, du hast ja auch damit gesagt, du möchtest damit so deine Sammlung an Batmobile beginnen. Das heißt, dir fehlt jetzt noch was? Nein, ich habe mir jetzt, also insgesamt habe ich mir jetzt, auch dank heute, ich habe das... 89er. Genau, ich habe das 89er, ich habe den Tumblr jetzt, ich habe das Animated, ich habe das, und das Forever. Genau. Das fehlt mir im Prinzip noch, und das ist ja, McFarlane hat ja wieder auf uns gehört, fehlt mir jetzt noch das 66er. Ja. Das wird kommen, das werde ich mir auch dazu holen. und was war das zweite noch? Das Batman und Robin. Ja. Ich weiß, das trifft nicht so auf Gegenliebe, besonders bei Marian. Aber ich muss sagen, ich habe mich in den letzten Monaten, und ich weiß nicht warum, weil Chess Inc. hat da ja auch oft mal damit kokettiert, dass sie das als nächstes Projekt nach ihrem Batman Forever Batmobile angehen könnten. Es ist ein wahnsinnig vernachlässigtes Batmobile, also selbst, ob man es jetzt mag oder nicht, das war jetzt keins, was oft eine Umsetzung erfahren hat. Ich muss sagen, ich mag es inzwischen doch sehr. Fragt mich nicht warum. Ich kann dir sagen warum. Warum? Weil sich das im Stil so ein bisschen anlehnt. Ich finde es auch an der, das kommt ein bisschen auch darauf an, wie man es fotografiert. Aber das hat ja schon einen relativ langen Vorderbau quasi. Und das für mich... Das macht der Bernd. Das hat so... Das hat so was, oh Gott. Das hat so was THS-iges. Also Animated Series-mäßiges und natürlich auch Burton. Und ja, da fügt es sich eigentlich ganz gut ein. Und es ist natürlich... Ja. Und es ist natürlich recht schlank so. Aber es ist einfach vom Design so dumm. Es ist ein bisschen weird, dass es da keine Figuren dazu gibt. Es doch, es gibt ja die Batman und Robin. Ach, stimmt. Weil die sich alle dort den Kopf abziehen. Letztes Jahr im Winter erschienen sind. Ja, klar, das ist ein Cabrio. Wie nennt man das? Doch, ein Cabrio. Und ein One-Seater. Der Grund dafür war ja damals, dass das Batman Forever Batmobil auf der Leinwand den Machern zu klein vorkam. Aha. Deswegen haben sie dann alles verlängert. Also das ist das längste Batmobil, was es je gab. Siehste. Und um diese Proportionen zu zeigen, haben sie halt dann eben gesagt, okay, dann machen wir halt eben das Dach weg, damit man Batmans Kopf sieht. Damit man... Mega. Das ist in einem Film mit Mr. Freeze. Richtig gut. Das ohne Dach zu machen. Ja, aber dann friezen wir nicht so. Doch eben. Ach so. Naja. Vielleicht hat er so ein Schutzfeld... Hat er gehabt? Dem Batman. Hat er gehabt? Vielleicht? Nein. Guck den Film nochmal. Nur weil es nicht gesagt wurde. Aber da sind wir wieder beim anderen Film, mit dem wir besprechen werden. So können wir auch ganz grundsätzlich an alle Filme ab sofort rangeben. Nur weil es nicht gesagt wurde. Wenn ich hier gerade so die Bildreihe durchgehe, ich sehe hier King Kong. Ein Affen. In Verbindung mit Batman. Wo kommt denn das hier? Das kommt aus dem... Also in Comics gibt es das Justice League versus Godzilla. Und versus King Kong. Genau. Ach das Comic, was brüllt? Ja. Das wird das mal besprochen. Das immer noch ein sehr gutes Comic ist. Für das, was es ist. Ich finde das sehr... Ja. Ich finde das schon cool. Sehr unterhalts. Sehr kreativ. Auch auf jeden Fall. Und da gibt es Figuren. Das ist blöd. Also ich werde mir die holen. Aber das Blöde ist, es sieht nicht so aus wie der King Kong aus dem Film. Es sieht schon ein bisschen anders aus, der King Kong. Es sollte gleich aus dem Film sein. Sieht aus wie aus einem Comic. Aber auch nicht so richtig. Der hat schon ein bisschen anderes Gesicht. Ja. Ja schon. Aber es wird schon ein paar... Was man hat, hat man. Und die Größenproportionen stimmen natürlich nicht. Weil so ein Doppelpack mit Batman und die Größenproportionen stimmen nicht mal im Ansatz. Ich finde, McFarlane sollte das auf seine Kortons draufschreiben. Was man hat, hat man. Das ist der beste Werbeslogan für so ein Merch-Studio. Ja, ist halt so. Was soll ich machen? Genau, genau. Fomo auf der Schachtel. Ja. Mega. Ja, aber ich werde mir das holen. Und dann gibt es natürlich noch einen langhaarigen Superman. Hab ich gesehen. Der Mullet-Superman. Aus den 90ern? Ja. Henning, da kannst du noch was dazu sagen? Was denn? Warum hat er da eigentlich lange Haare damals? Das weiß niemand. Achso, ich dachte, das war nachdem der gestorben war und das sind die Haare halt gewachsen. Genau, die Haare sind auch weiter gewachsen. Der hat auch lange Fingernägel dann. Und ein Bart hatte er auch. Das stimmt. Doch, doch. Ich dachte, das war jetzt eine Sopranos-Anleihe übrigens. Also der hatte, keine Ahnung, ob er lange Haare hatte. Ich glaube, das war einfach ein Modeding damals. Ja. Da hat man die Option genutzt, nachdem er wieder auferstanden war, ihm lange Haare zu geben. Das wurde, meines Erachtens wurde das nie erklärt. Ich dachte, ja, er wäre dann so halt wieder auferstanden. Klarkent hatte dann ja, Klarkent hatte ja dann einen Pferdeschwanz. Das hatte mir nicht gefallen, weil ich dann gedacht habe, jetzt finden sie es auf jeden Fall raus. Das hat so ein Cell-Shading drauf. Das sieht doof aus. Ja, ich glaube, das ist noch eine Illustration. Das ist keine Produktabbildung, sondern tatsächlich Zeichen. Oh, aber ich sehe, endlich gibt es vielleicht mal eine ordentliche Flash-Figur. Stimmt. Ist auch der 90er? Dann könnte ich den endlich nehmen. Und der Batman, das ist eine Flash-Figur. Das ist auch die 90er-Jahre-Version von Batman, oder? Ja. Der grinst auch mal schön. Alten Reihen, oder meinst du jetzt von McFarlane aktuell? Gibt doch super wieder gute Flash-Figuren. Finde ich nicht. Justice damals von Alex Ross von DC Direct, die ist super, die Figur. Die ist nicht McFarlane. Ja, ich sage ja deswegen, weil er gesagt hat, gibt es echt mal eine Flash-Figur. Die ich jetzt noch kaufen kann? Ja, gut. Die wirst du wahrscheinlich trotzdem irgendwie kriegen können, aber ja. Bernd, gibt es ansonsten noch was, was du gerne hättest von den Figuren? Ich sehe gerade, es gibt auch nochmal ein Doppelpack mit Doomsday und Superman, ein Speer. Genau, da haben wir uns heute auch drüber unterhalten, oder gestern war das glaube ich noch, wieso McFarlane jetzt nochmal die Batman-V-Superman-Figuren auflegt, die ja bei ihm nur im Zuge der Justice League oder Sex-Siders Justice League mal veröffentlicht wurden und ob es da überhaupt noch Bedarf gibt, jetzt noch irgendwie Doomsday etc. auf den Markt zu werfen. Also mich spricht es jetzt nicht so an. Ich meine, sie haben vorher, ja, es gab eine Gal Gadot Wonder Woman und auch einen Ben Affleck, den sie mal rausgebracht haben, aber ansonsten ja eher alles zur Justice League, zu Sex-Siders Justice League. Also, für mich hätten sie es jetzt nicht nochmal bringen müssen, aber es gibt bestimmt genug Fans draußen, die auch nochmal was zu Batman-V-Superman kaufen wollen. Wer hätte ihren Kindern das schöne dem Murray-Franklin-Spielset kaufen? Dass sie dann die Erschießungsszene nochmal nachspielen können? Ja, beraten wir das nicht? Aber ist auch eher nicht. Wobei, tatsächlich muss man sagen, ich werde mir das nicht holen, aber eine Robert De Niro-Figur zu haben, wäre schon cool. Das stimmt. Und der hat auch nicht so einen blöden Oberkopf gemacht. Das stimmt. Das sah da ja auch so gut aus eigentlich. Was wollte Robert De Niro denn mal spielen im Batman-Universum? Der war doch mal für Clayface, glaube ich, mal angedacht. Clayface? Und für, ich glaube, als es die Dark Knight Returns-Verfilmung mal im Raum stand, als Harvey Dent. Mhm. Ah ja. Na gut, würde gut passen. Clayface, apropos Clayface, der kurze Rücksprung, der kommt ja tatsächlich im Trailer vor von Creature Commandos. Ach, war er das? Und gehört dann ja tatsächlich damit zum DCU. Und wie wir auch im Trailer gesehen haben, ist ein alter Bekannte aus der Animated-Series. Und erinnern wir uns nicht an ein Gerücht, dass es einen Clayface-Film geben soll? Das ist immer noch nicht aus der Welt geschafft. Das ist, aber es ist auch nicht bestätigt. Wir bekommen noch eine, wie viel, die Wave ist das? Von der Animated-Series? Über die haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Das ist die Wave, in der auch Bruce Wayne, also der Batman-Animated-Series-Reihe von McFarlane, neben, wie heißt nochmal, das Phantom. Poison Ivy, Bane und Harduck. Ja, das ist diese Maschine. Ja, ja. Den Bruce Wayne hätte ich gerne. Ich hätte gerne den Bane, der hat mir jetzt, Lukas hatte den jetzt von einer anderen Firma. Ach ja, hier von Mondo. Genau, aber da ist mir zu teuer, Gott sei Dank. 245 Euro. Aber so wie ich den hier sehe, hätte ich mir wohl holen müssen und ich habe die Poison Ivy nur von der, von der, von der New Animated, also. Ah. Wer ist da von die Build-A-Figure-Figur? Oder weiß man so. Bruce Wayne. Ach Gott sei Dank. Ah, gut, da muss ich alle holen. Natürlich. Den braucht ja keiner. Na ja. Ist halt schön, also nicht schön, dass man den halt dann nicht so in der Schachtel drin hat, zum Hinstellen, wenn man sie nicht unbedingt auspacken möchte. Musst du halt alle kaufen, auspacken, zusammenbauen, hinstellen. Ja, das muss ich nicht, den braucht ich nicht. Die konnte man schon bestellen jetzt hier, Firefly. Die habe ich ja schon bestellt. Firefly, wer ist das noch hier? Batman in so einem feuerfesten Anzug? Anti-Freeze, Anti-Fire, okay, ist doch, ich habe das Recht, Anti-Fire. Sieht ein bisschen aus wie der Arkham Origins, der Anti-Captain-Free-Suit. Ja. Ist jetzt keine mit dabei, die ich nochmal kaufen würde? Ich habe ja schon viele damals gehabt, als die noch von DC Direct waren. Und ein Firefly habe ich. Yes. So, wen haben wir da? Nochmal Masken? Haben sie nochmal Masken gezeigt? Welche ist das? Ja, das ist die. Moment. Wir haben hier die Batman... Batman-East-Reim-Masken, genau. Genau. Batman Begins haben wir. Ah, okay. Sieht ja doof aus. Sorry. Dann die Detective Comics und dann Batman Hush. Aber das ist alles nur Ränder, ne? Das ist nichts für mich. Ja, genau. Ja, das ist nichts für mich. Und dann haben wir jetzt doch Totz, ne, Totz-Motz heißen die noch. Das ist auch nochmal so eine Reihe, die jetzt irgendwie dir da angekündigt hat. Und das sind so sehr überstilisierte... Vinyl-Figuren, ne? Bane gefällt mir. Ja. Das ist der aus Arkham, ne? Das ist der aus, warum man K-M-H-M-H macht. Ja. Aber Swamp Thing auch. Ja. Batman sieht auch aus wie aus einem Streetfighter-Spiel. Ja. Finde ich jetzt nicht so schön. Ah, das ist doch was für mich. Oh, Batgirl. Ja, Batgirl. Der rote Batman vom italienischen Batman-Held. Das ist jetzt die 60er-Reihe. Ja. Oh, da hat die Batgirl natürlich noch für das Kind. Würde gut passen. Konnte man sich aber schon vorbestellen. Da gab es ja auch das Motorrad dazu. Ist aber noch, also, weil ich jetzt gerade so deute, ist, glaube ich, noch erhältlich. Gut. Aber die hat, die hat einen anderen Ansatz an, oder? Ja. Die hat klassische Farben an, wie der Batman. Guck, da ist es noch die andere. Genau. Das geht gar nicht. Das ist, der Grund ist, Yvonne Craig hat nie ihre Leignisrechte freigegeben. Dementsprechend gibt es keine Figur, die wirklich nach ihr aussehen darf. Es gab allerdings die Comic-Reihe, die auf der Batman-66-Serie basiert und die Geschichten weitererzählt hat. Und ja, das ist dann der Trick, um dann zu sagen, okay, wir kriegen so eine Batgirl-Figur auf den Markt. Und ja, das ist hier dann eben der... Der nicht um Leignis mit der Schauspielerin geht, um die Kostümfarben. Genau, aber trotzdem haben sie in der Comic-Variante, wenn ich mich recht erinnere, dem Weg sicherheitshalber so eingeschlagen, dass man... Achso, das meintest du. Das Kostüm... Genau, und deswegen basiert dann die Figur auch mehr... Ist das Absicht, dass sie hier so komisch aussehen? Dass sie so mit Beinen... Das sage ich ja auch nur, weil ich dieses Batgirl-Kostüm von den Farben her... Das ist ja auf Discord weitestgehend bekannt. Ich liebe alles daran. Wo wir gerade beim uns wiederholen sind, möchte ich nur noch mal ganz kurz sagen, ich werde mir das Batgirl mit dem Batmotorrad auf keinen Fall holen, weil ich habe ja das mit Batman & Robin aus der 66er-Serie und das ist so billig. Ich will es noch mal sagen, es ist so billig. Und günstig. Nee, ich meine nicht billig vom Bezahlen her, das ist es nämlich nicht. Sondern es ist so billig und schlecht verarbeitet, das sollte sich niemand kaufen. Sorry. Okay, ich habe es auch, was mir tatsächlich nicht gefällt ist, statt rot ist es orange. Also die Streifen und das Batman-Logo, ganz merkwürdig. Hier haben wir jetzt aber auch nochmal, das finde ich lustig, aus ihrer Superpowers-Reihe, also diese aus den 80er-Jahren entstanden Kennerfiguren, die sie ja erweitern jetzt mit Lobo. Lobo sieht schon großartig aus. Super cool. Auch ein bisschen wie aus der Animated Theory. Ich wollte es gerade sagen, den Lobo kann man sich schon holen. Und ich mag natürlich auch den... Robin mag ich auch. Auch wenn der Black Suit Superman ein bisschen kaputt gemacht wurde, ich finde ihn immer noch cool hier, mit den langen Haaren. Ja, das ist der nach Death of Superman, ne? Und ein Batman ohne Maske. Jay Garrick. Der ist super, der sieht super aus. Weil ich mag das Jay Garrick-Kostüm auch super. Ja, ich mag das auch sehr, ich weiß nicht warum. So ein Jeans ist schön. Vielleicht hole ich mir den als Flash-Figur, weil das Superman-Farben sind. Oh. Das Lesezeichen. Was ist das denn? Ja, aus wie etwas, was man sich an die Wand hängen kann, mit dem großen DC-Logo. Das ist wie von einem Comic-Rand, ne? Genau, so sah das früher aus. Nummer 1, Nummer 2. Steht das drüber? Nein. Okay, das sind andere McFarlane-Figuren zu ihrer, was für ein Sportart war das? Das war Football. Entschuldige. UFC war das doch gerade, oder? Ja, Football und dann UFC. Ich kann den später, ja. Und dann haben wir noch irgendwas anderes. Berserker. Berserker. Berserker ist ein Comic mit Keanu Reeves von, und von Keanu Reeves geht so. Ja. Naja, genau. Von dem her. Verabschieden wir uns so, wie wir eigentlich reingegangen sind in die Sendung? Weiß ich nicht. 1, 2, 3 und hautei! Yeah, yeah. Come on. Und das war sie wieder. Unser Badcast. Unsere Badcast-Sendung. Heute mit dem... Hey! Yes! Und am Mischfeld und am Bildschirm unser Rico! Yeah! Und wie immer, der Host, unser Host, unser Bär! Yeah! Thank you very much euch allen und auch allen Hörern. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Ich glaube schon bei der Besprechung der nächsten Penguin-Folge, die dann mit aussteht. Und ja, wie gesagt, steht dann auch die Choke-Ausgabe an. Gute Nacht! Gute Nacht! Ciao! Reingehauen! Wiederschauen!